Hast du dich auch daß noch zu Sachen traust, Kalli, weißt du? Was? Was war traurig? Zum Samstagabend halb neun aus dem Bett fallen, weißt du? Und halb neun abends. Ja, ist doch nice. Was meinst du? Die ganze Nacht steht doch bevor. Was meinst du, was ich dabbel hier? Ich zog die ganze Nacht durch bis morgen früh. Wie geil ist das denn? Wer hat Bock mitzumachen? Ich. Yay! Ich sag auch nochmal in dieser Hinsicht, hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem Phasmophobia-Stream. Die Kalli ist verpeilt und hat's voll verkackt. Wir wollten C of C's eigentlich nur in den Spielen, aber, aber, Kalli, halt die Backen. Aber ich müsste jetzt noch da sitzen und 68 Gigabyte donnern. So sieht's aus. Und dann würde sich das ja Ganze noch ein bisschen, ihr wisst schon, und so. Und wenn du ein richtiges Internet hättest, wäre das auch kein Problem gewesen. Und mit deiner Schrankklaubleitung. Alter, tut das du hier gerade rum? Hör mal. Hörderwelle. Ich glaube, ich habe auch eine leichte Verzögerung drin heute im Livestream. Läuft. Es muss Wochenende sein. Läuft euch alle wunderbar. Und auch nochmal für YouTube. Wir haben bei Phasmophobia ein neues Update. Wir haben neue Produkte, beziehungsweise Geräte, die wir benutzen können. Interessiert, dass Sie überhaupt überhaupt nicht über, dass ich leichte Schmerzen habe? Nein. Wir haben... Ich merke schon, ich merke schon. Lass mich erklären, Mann. Wir haben neue Maps, wenn ich das richtig gesehen habe. Bitte korrigiert mich. Wir haben keine neue Maps. Wähle ein Job. Bitte mute die Frau. Soll ich sie wegschieben? Ich kann sie bannen. Ich kann sie bannen. Das ist nichts Neues. Ich kann so... Ich kann nicht raustappen. Und wir haben neue Geister, wenn ich das richtig sehe. Gut, ich bin bereit. Ich kann dieses grünige Dönster nicht anklicken. Wir haben neue Geister? Schon wieder? Ich bin auch bereit. Wir haben einen DOTS-Projektor. Yay. Beistück in Gelb. Oh, warte mal. Ich muss hier noch auf Start drücken. Bereit reicht hier noch gar nicht. Thomas Phasmophobia ist auch super. Dagegen habe ich ja nichts gesagt. Aber wir wollten erst mal so ein bisschen Sea of Seas zum Reinkommen. Und dann Phasmophobia zum Glücklichwerden, wenn Lumi stirbt. Hat sich eigentlich Helmut schon entschuldigt? Nein. Hat er noch nicht? Alles klar. Alles klar. Wird sich fett gemerkt hier. Wartet mal, ob die gerade Helmut? Nein, überhaupt nicht. Ihr werdet gebannt. Lasst Helmut in Ruhe. So tun müsstet ihr alle haben. Entschuldigung. Alter, aus meinem Fuß zu schlafrissen. Was? Nika Lee ist ein Noob. Ich bin kein Noob. Ich bin total da. Ja, ja. In Sicherheit. Garantiert. Alter, ich wirk doch schon meinen Kaffee hinter. Ich glaube, der hilft nicht mehr so viel, wie du trinkst. Ich bin sogar Kaffee. Ich nehme, ich hoffe, ihr habt die Woche gut überstanden. Und wie ging die Woche natürlich schnell vorbei? Abel, ich hatte Urlaub. Aber gut, wieso bin ich hier noch nicht dort da? Hallo? Hi. Ich weiß, das war, das war, das war, das war, und so, weiß ich schon. Ja, Alter. Lumi, guck mal wieder da. Das passt, ne? Alter, ich hänge voll. Was ist denn das? Ich bin total überfordert. Warte mal, wo ist meine dicke Leuchte? Warte mal, die... Scheiße, bezieht man sich? So, lasst uns mal gucken. Imf, Bewegungssensor, Räucherstäbchen, Elisabeth Robinson. Alter, die sind ja nicht mehr gelb. Warte mal, was hatte ich denn doch? Wo ist mein Buch? Echt jetzt? Ist das Buch weg? Nein. Oh, was war das? Alter. Lumi, mein Gott, ich bin wach. Warte ab, die Kacke. Ich bin wach. Was war das, Mensch? Ich bin wach. Aber volle Palette, ne? Total. Oh Gott. Und dann Eingang zu meinem Blatt. Stellen Sie ja ein bisschen ein Blatt, genau. Natürlich wäre... Kann ich jetzt die richtige Taschenlampe? Das war kackt. Ja, solange... Ja, bestimmt. Aber du schuldest dir mal... Wir können nicht sagen, genau. Das ist das Übliche. Keine Ahnung, was ist denn das hier? Ich sehe... Ach, die Objekte sind alle... Leute! Was soll... Guckt mal, ist alles schwarz? Toi, die sieht man doch auf dem Boden nicht. Was soll? Ja, so ein Rotz. Vielleicht ist der Boden ja... Anders. Ein Treppenstream zum Samstag, Micky. Der muss sich gerade echt noch überlegen, wie du das meinst, ne? Wieso schieben sie denn alles hier in die Regale? Mein Gott. Dass das da stand, das war doch... Ja, genau. Echt jetzt? Was ist das denn? Kann ich damit irgendwas empfangen? Ja, den Geist. Ja, stimmt. Da war ja was. Wir haben es 20, 19 Grad hier drin. Guck mal, mehrseits. Hat Meersalz? Ja, Meersalz. Alter, warum Meersalz? Wieso nicht einfach Küchensalz? Wo ist denn dieses... Die... Die... Dingsterbumster? Däbchen? Das DOS-Dings-Gerät? Ist es das hier oben? Was für ein Deutsch? D-O-T-B-A-Gerät? Ja, D-O, ja. Ne, ich glaube, das ist hier dieses Hörgerät da oben, oder? Das wurde umgenannt in dieses Gerät. Oder was ist denn das hier? Was ist denn das hier für ein riesen Ding? Ist es die Fingerabdrucksleuchte? Das schwarze ist UV, das große ist die Taschenlampe. Was ist denn das hier? Kann man hier seine Brille reinmachen? Was? Ist es so ein Brillenet wie hier? Hier oben. Nehmen wir ein Buch. Vielleicht ist das dieses D-O-T-S. Keine Ahnung. Lass mal gucken. Oder vielleicht ist es eins tiefer. Sieht aus wie ein Laser-Dings. Das ist ein Laserschwert. Alter, Laser... Ach, kann das sein, dass es ein Bewegungssensor ist? Wer das? Ja. Und was ist denn das hier unten? Das vielleicht nicht des Bewegungsdöns? Wir werden es herausfinden. Das wird kompliziert. Oder das ist das Weiße. Weiß es nicht. Aber die Jagd wird ganz anders. Oh, nice. Ich bin drin. Warum wird die anders? Was? Ich komme mit Louis mal. Nimm die Beine, die hat. Hallo? Ja, keine falsche Schöne. Nein, warte. Da zuckt noch was. Ja, du zuckst da voll rum. Ist, ist... Hört ihr mich? Versteht ihr mich? Ja. Ja, ja. Leider. Und es läuft. Alles klar. Was habt ihr jetzt mitgenommen? Das übliche EMF und... Und Buh habe ich. Box. Alter, wer hat mein grünes Kästchen da unten? Wackelkästchen angeklickt. Nein, das ist ja immer noch... Ach, ich sammle immer noch 12 plus. Ah, da bin ich ja beruhigt. Ich kann nicht rausklicken, sonst kriege ich schwarz und so. Dingsbums, also OBS und so. Ich hau ab. Schade, dass ich die Alte hier... über das jetzt höre. Hallo. Ah, wartet doch. Wartet. Der Schlüssel ist weg. Ich stöhne drum, wenn ich renne. Rennt mal. Ich stöhne. Ich meine, ich atme. Zu laut. Echt? Ich bin schneller. Aber nur ganz kurz. Ja, also ihr könnt für einen gewissen Zeitraum von 3 bis 5 Sekunden, ich glaube 3 Sekunden, könnt ihr sprinten. Danach lauft ihr wieder langsam und regeneriert den Sprint. So geht's der Geist. Ey, soll ich Strom mal machen? Alter. Du hast noch einen leichten Störfaktor drin. Wo bist du? Hier ist auf jeden Fall 4. Hier unten geht die Heizung nicht. Entschuldigung, wo bist du? Ey. Bist du hier? Was? Lobi? Hast du schon Kontakt? Ich glaube, Lobi ist besessen. Ja, ich schaue es auch. Was? Du bist besessen schon. Finden wir ja nicht. Jawohl. Hi, Blackover. Alter. Wenn die Jagd losgeht, alles ausmachen. Ja, nee. Ja, nicht. Scheiße. Was? Nein. Nicht. Doch, doch. Also, der Tipp ist schon nicht schlecht. Wenn der Geist anfängt zu jagen, müsst ihr sämtliche elektrischen Geräte rausschalten. Was? Das wird ein Spaß. Juhu, ich bin im Van. Nee, also ich war übrigens unten. Keine Info. Gib uns ein Zeichen oder so deiner Anwesenheit. Uh, die mache ich immer ganz gerne an. Warum, weiß ich auch nicht. Ich halte. Warte mal. Was war das? Eine Tür. Bin doch gar nicht da. Welche? Das war ich jetzt. Das war ich. Das klappt. Aber das andere war... Ja, hier ist irgendwo ganz leicht, hat sich eine Tür bewegt. Warte es. Ja, BlackCore und wir haben auch gerade erst angefangen. Ja. Ach, ihr Lieben, ihr wisst schon, heute wird es eher ein Codestars streamen wegen der Schicht. Deswegen wundert. Deswegen wundert euch nicht, wenn wir heute Fürstens bis 0 Uhr machen. Elia Roomies Ton kratzt ab und an, er ist besessen, Beutelchen. Ja, das haben wir doch schon geklärt. Beutel, Beutel. Wir haben nicht die Kontrolle über alles, Beutel. Mein Gott, hier, ich stippel wieder nicht mit dir. Ist jemand hier? Sonst würde Lumi nicht so oft sterben, wenn wir die Kontrolle übern hätten. Die Fürster geht euch aus. Ich habe die Tür, die ist hier drin, in der grünen. War jemand im grünen Zimmer, bei der Toilette? Alter, merke ich mir jetzt die Farben von dem Zimmer? Ja. Hier? Ja, bei der Toilette hier. Ich wollte nicht dran. Die Tür war nämlich leicht auf, also es hat ja hier nur leichte Aktivität. Wo bist du? Was hat denn Temperatur? Sagt's neu. 0 Uhr, welcher Tag? Dienstag. Nein. Beutel, das kann ich nicht ziehen, weil das sind 68 Gigabyte. Da wird die Kali bis morgen sitzen. Genau, das dauert ja Jahre. Kann ich heute, ich weiß nicht, ob die E-Dia morgen dich dann ransitzen? Ja, ruf uns an. Ja, ruf mich auf mein Handy an. Bleib mal ins Buch. Ist sie jetzt nun hier oder was? Was machen wir mit dem Buch? Lass ich dir hier liegen? Wie alt bist du? Was war das? Ich, äh, Box. I. Und Buch. Alter, da geht der Stift voll ab, Mann. Boah, voll Laser, wie du abgehst. Sollen wir jetzt rennen? Das Rennen und da ist sie eine... Habt ihr die Box gehört? Ja, sie biegt sich voll nach hinten. Sie ist voll gelänglich. Sie ist Sportlerin gewesen. Sportlerin und dann ist sie weggerannt. Im Sonnenschein. Genau, und da oben, ja, das ist, ja, das ist die Sonne auf jeden Fall, definitiv. Die hat Yoga im Sonnenschein gemacht und ist danach joggen gegangen. Ah, gelöst der Fall, wir können los. Oder sie ist ein bisschen dunkel geworden in der Sonne. Oder sie ist eingegangen. Ja, Lumi, am Arsch, Mann. Ich hab da, ich wusste nicht, wie ich meine Taschenlampe ausmacht soll. Der Dach, alles. Ja, zuerst hab ich das Fieberthermometer ausgemacht. Ich bin auf dem Klo. Irgendwas stimmt hier nicht. Das kann aber wohl nicht wahr sein. Gut, ähm, wir haben Geisterbox und Geisterbuch. Und ja, ihr Lieben, wir quatschen wieder über TS. Deswegen holt ihr den Loop. Was ist denn dieser GB-Dingsbums da? Warte mal, Box. Das Ding haben wir hier auch. Oh, ja, guck mal. Oh, Lumi, du kratzt noch ein bisschen. Ja? D-O-Dingsbums-Dingsgedöns. Oh, das ging jetzt sehr schnell. Was, unser Hirn ist abgenudelt? Ja. Ja, meins ist ein Fragezeichen. Öh, Standard. Was? Ich wollte mich Standard? Gut, EMF kann das nicht sein. Wir haben Poltergeist, Spirit oder Mare. Verweisfotos. Oh, guck mal, hier sind die neuen Geister, Myling. Wer hat denn da gewackelt bei der Kamera? Ah, guten Tag. Sehr laut, stark und aktiver Geister. Ich glaube, ihre Beute leise sind. Was? Ihre was? Oh, ein Myling ist dafür bekannt, dass er bei der Jagd leise ist. Die hat gesungen. Ja. Ein Gutschung? Ach so. Ich brauche noch mal Geräusche von sich. Oh, was? Moin, moin. Ein Gutschung zeigt sich in der... ...ist die einzige, wo ich gerne Google-Zug... ...nur vor der Kampen kann, wenn der D-O-T-A-T-Projektor läuft. Ah, das ist dann hier dieser D-O-T-A-T-Projektor? Hm, stärker ein Gutschung zeigt sich in der Regelung auf der Kamera, wenn keine Menschen da näher sind. Gangster-Orb brauchen wir? Geister-Orb, Fingerabdrücke oder wir brauchen... ...EMF? Also das Bild kann es vielleicht nicht sein. Alter. Ist Lumi schon abgedüst? Also Klo ist nicht sicher. Kali, du sappelst so viel. Du bist tot. Darf ich? Ja. Die Kali-Beutelchen. Was? Die Kali ist erwischt worden. Wo ist denn... ...die Kali-Beutelchen? Wo wartet? Das ist ja bei Tabletten, ne? Lumi, bevor du auch dran bist. Ich habe zwei reingehauen, ne? Ich habe auch zwei reingepackt. Ja, mein Ling ist chinesisch. Ich habe jetzt japanisch aus Versehen gesagt. Dann eben... Warte mal, Ni Hao ist was anderes. Alter, ist doch kackig. Alter, ich stelle mich jetzt auf... Oh, cool. Was denn? Wenn du die Kamera nimmst, dann... Was denn? Die Kamera klappt auf. Du kannst dann alles sehen, was du filmst. Wegen Mai Ling. Ling Ling. Linge-Di-Ding-Ding. Ding, ding, ding. Ding, ding. Jedenfalls Bock auf Telefon. Wieso ist es hier eigentlich so herrschoke? Das war doch sonst aber heller, wenn man ab in der Mitte ist. Gut, ich glaube, im Spirit ist es nicht bei EMF. Ich hätte die Schule nicht sollen. Die hat es schon erwischt. Ich habe nur die Katze gefüttert. Ja, ja, Harmeheit, ne? Ja, Thomas, mich hat es erwischt. Ich bin auch gar nicht richtig da. Das liegt daran. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Ja. Ich bin auch immer noch größer. Und sonst so? Hast du die Kamera angemacht? So ist es irgendwie sehr leise. Eigentlich. Echt jetzt? Du hast sie nicht angemacht? Ich glaube, gesehen zu haben, dass es rot war. Glaube ich, der Punkt. Der hat sich doch aufgeklappt. Ach ja, ist er schon. Gut, ich gehe ja schon rein. Aufklappt ist doch was anderes als anmachen. Ich höre die gar nicht. Du bist tot. Ich höre die gar nicht mal zu. Oh, ich atme. Dann warst du das. Ich wollte schon sagen, war ich das jetzt? Aber ich bin ja eh tot. Ich muss ja nicht mehr atmen. Sorry, ich habe geatmet. Ah, ist rot, wa? Ah, okay, verstehe. So sieht es aus, als ob die an ist. Die blinkert dann? Ne, die wird grau. Warte mal, die hat da, glaube ich, gerade was geschmissen oder so. Die wird nachtschichtern. Die hat dann nachtschicht, die Kamera. Ja, ich habe sie angemacht. Ich dachte, die wäre schon an. Ach, ja, jubi, nee. Die wackelt doch noch ein bisschen komisch. Wackelt komisch? Wir haben ja eine Wackelkamera. Na, wie geil ist das denn? Was? Ich glaube, wir müssten noch eine hinstellen. Mhm. Du bist eh tot, Kali. Du musst da nicht rein. Ähm, UV-Licht bräuchten wir. Eigentlich, glaube ich, ist es ein Poltergeist. Und sie ist gerade aktiv. Weil? EMF habe ich nicht. Das zuckelt mal. Ja, ich habe aber... Ach, nee, das ist... Hast du... Den Nachdrücken, woher hättest du nicht überhaupt welche gefunden? Nee, sorry, ich meinte, das ist eine Mare. Könnte eine Mare sein. Oh, der EMF kommt ja später. Aber sie war nicht gut ausgeführt, als sie aktiv war. Ja, was für ein deutscher. Und das ist die... Nee, doch, nee. Ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich packe mal noch eine Kamera hin. Äh, wie gut bin ich aufgeladen mit dem Kopf? Ja, es geht. Meine Pelle. Ja, weg. Komm, Leute, werde ich auch bei dem Ding hier... Siehst du eigentlich, wenn ich jetzt mit der Kamera laufe, Lumi? Ja, habe ich gesehen. Läufchen. So, ich werde hier noch eine hinpacken. Und im Badezimmer noch eine. Nicht jetzt? Eigentlich. Das ist ins Badezimmer, willst du vordrehen? Prospekt. Ich sehe alles. Okay, ich glaube, Lumi ist oben gerade gelaufen. Hat mich gleich erschrocken. Schau mal ab. Ich sehe alles. Das ist ein Girls Teen Bedroom. Audio. Wann doch, wieso hat es mich denn jetzt schon erwischt? Die wackeln alle. Die Kameras. Soll es sein, so kann es bleiben. Stell dich doch daneben und hältst du fest. Nee, das überlasse ich, Lumi. Wir haben Erdbeben da drin. Haben wir eigentlich schon die Leiche von Kalli fotografiert? Alter, hallo? Ich weiß auch nicht, wo die abschimmelt. Ich weiß es auch nicht. Abschimmelt? Ich habe es irgendwo in der Nähe gehört, bin aber dann rausgerannt. Auf Klo. Ich bin auf Klo unten. Ich habe ein kleines Badezimmer. Echt? Jetzt scheiße, wenn man auf Klo abnimmt, ne? Ey, da finde ich gerade Lumi. Wenn man das geändert hat, hat man auch noch dieselbe Ansicht und man kann sonst nichts machen. Auf jeden Fall ist die Ansicht hier, wo ich bin, ja, dunkel. Sonst ist es ja immer so milchig hell und du hast voll den Überblick und kannst alles sehen. Das ist aber total dunkel, würde ich jetzt nicht sagen. Aber auf jeden Fall doch recht, ja, dunkel. Ja, habe ich schon gesagt, ne? Und ich weiß nicht, was soll ich machen? Soll ich die Klospülung betätigen? Warte mal, wo bin ich denn überhaupt? Können wir mal zu mir gehen? Oder wir haben irgendwo Fingerabdrücke nicht gesehen. Oh! Was, oh? Äh, sie wandert. Ja! Nein! Ja! Nein! Nicht euer Ernst, oder? Guck mal, die steht da! Gar nicht stehen. Die läuft, hä? Lumi winkt mit dem A. Ey, die ist nicht mal durch die Tür gekommen. Doch. Hä? Bei mir nicht. Also, ich habe sie ge... Es soll jetzt nicht wahr, dass ihr... Oh, ey! Also, man kann auch mit... Geister-Ob! Hier! Ich muss nicht rein! Ich habe Geister-Ob gesehen! Man kann noch Gegenstände aufheben hier. Ähm, Thomas. Da! Der ist gerade von unten nach oben gesaust. Äh. Gegenstände kann man noch aufheben hier als Geist. Bin so gut, Leute! Wer ist der Kampfzwerg? Ich will, dass ich angucken, wenn man Bock hat. Meißen. Oh, sie hat das Licht angemacht. Jetzt hat sie es wieder ausgemacht. Wer ist der Kampfzwerg? Entschuldigung! Allein, allein, Michael. Aber hey, das war ein Geister-Ob. Der war so fett von oben nach unten geflogen. Oh, danke für den Kaffee. Ja, Leute. Es ist eine Mare, so wie ich gesagt habe. Ah. Das heißt, dass vielleicht die Geister-Ob's auch nicht so häufig sind? Keine Ahnung. Ein D-O-Dings-Bumps-T-S hier. Heute ist es auch draußen und Lumi war drin, deswegen, das war zu weit entfernt. Projekt-Door. Ja. Das ist ja auch irgend so ein Ding, was man einstellen kann. In dem Buch. Weißt du? Ja. Ein Ding mehr. Ja, guck mal. Und ich habe es mit dem Bewegungssensor gelöst. Ja, löst. Oh, hat man den Bewegungssensor? Ach, sehr schön. Also Räucherstäbchen mache ich nicht während der Jagd. Da bin ich doch hinüber. Ich schlag ein. Weil wir dann alle hinüber sind. Genau. Wir wollen, ich will bis sie kämpfen. Also ich habe keine weitere Mission gesehen. Räucherstäbchen ist Kali's Fall. Also, genau. Und ich bin ja nicht da. Also, ich meine doch das Ding. Habt ihr beide das? Ja. Ja, ich glaube schon. Ja. Ah, das müsste ein Geist... Das habt ihr auch gesehen, oder? Beutelchen schreibt jetzt... Nee, ich habe nichts gesehen. Was war denn? Okay, Beutelchen. Ich habe gar nichts gesehen. Ich war nicht da. Was? Rrrt. Was? Nee, warte mal. Da flog was von oben nach unten. Ganz fett. Warte mal. Spirit war doch... Ist aber richtig doppelt. Wer hat da eigentlich gerade im Chat geschrieben, dass Hylia die Beste ist? Hm? Hm? Was ist denn da los? Leute, ihr habt selbst gesehen, vor der Kamera flog von oben nach unten was runter. Oder hat irgendjemand was vor der Kamera hingeworfen? Nein. Also, ich habe nichts geworfen. Der kann nicht... Nee, 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 Leute. Guckt Wiederholung. Beutelchen, nein. Aber da flog was vor der Kamera. Deswegen war ich mir auch so hundertprozentig sicher. Was soll der Mist? Ja. Du hast es gänzlich. Gänzlich. Verkackt. Leute, Kalli ist schuld. Äh, ich weiß. Ich war ein Geist. Wer so lange auf sich warten lässt... Boah, jetzt... Hallo? Ähm. Ähm, was? Was? Ich habe irgendwie alles reingehauen. Was? Ist alles reingehauen? Ja. Aus Versehen. Ach du... Ach du... Ach du... Was? Ja, komm, ich gönne. Auf, auf, ihr sitzt ab. Siehste? Thomas hat es auch gesehen. Das Ding von oben nach unten. Ich hatte ja sowas, was ich müssen. Der Michael, das hat mir auch zu mir nachblinden, die du gesehen hast. Ich höre auch gar nicht mehr auf diesen Lumi. Ähm, Michael, das haben wir gar nicht gebraucht für die Geistererforschung. Wir hatten nur EMF, Fingerabdrücke und Geisterorb gebraucht. Da Lumi herumgegangen ist mit Fingerabdrücke, haben wir nichts gehabt. Und EMF hat nur Level 2 ausgeschlagen. Und ich war in diesem Raum. War es auch. Ja, Bräuterchen. Ähm, ich habe dir nicht mal durch die Tür kommen sehen oder irgendwas. Bei mir kamen nur die Hände. Und ich war unmittelbar, äh, naja, ich sag mal an der Wand hinterm, hinterm Bad. Oder im Bad. Die gamm quasi durch die Wand. Die OT-Dingsbums. Warum höre ich die gar nicht doppelt? Ich höre dich auch doppelt. Ja, ja, oder? Ruhig, Brauner. Ähm, ihr müsst, äh, Push-to-Talk einstellen. Dann muss ich ja die Lobby verlassen. Ja. Äh, das ist ja nur hier. In der Lobby. So, nicht im Spiel. Äh, ähm. Esho, Esho, Esho. Hallo, Esho. Oh, bitte. Esho, sag mir, dass ich frustre bin. Ich mache hier kurze Aufnahmepause. Wir sind jetzt wieder in den Lieben. Wir sind ein bisschen, ich höh. Das ist schrecklich. Alter, ich hoffe, das wurde jetzt nicht aufgenommen. Aber wie soll ich das? Nichts verpassen. Achso, ich sollte ja Start drücken, was? Aber da geht's nicht runter. Okay. Aber wie gesagt, Thomas ist mein Zeuge. Und Thomas lügt nie. Ich hab ein Esho. Na, 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 na. Warte, ey. Na, es gibt noch Rache heute. Ich bin die ganze Nacht wach, Fräulein. Mhm, mhm. Und da geht's auf einmal. Oh, ja. Was? Äh, Helmut? Esho? Esho! Helmut, alter. Äh, hast du dich eigentlich schon entschuldigt? War da nicht auch was gewesen? Alter, will er was... Lass Helmut in Ruhe. Nein, der war frech und gemein. Warte mal, was war denn das? Was war denn das? Was ist denn das? Wieso ist denn da von vier bis zu? Ist das eine neue? Nee, das ist dieselbe, ne? Huch? Wir brauchen Kerze ausblasen. Wieso haben wir denn zwei verschiedene Leuchten? Welche ist denn jetzt die Powerleuchte, verdammte? Das ist die, das ist die alte. Echt jetzt? Die große, ja. Das ist die Noob-Leuchte, ja? Ah, ich finde... Gehört zu dir, Kali. Die kannst du ruhig benutzen. Äh, während einer Jagd. Warte mal, ich muss mein altes Equipment ein paar Bruch. Ich darf diese, ich darf diese Runde nicht sterben, ja? Warum will ich? Weil du so viel... Weil ich alles reingehauen habe. Darf ich bitte im Van bleiben? Ah, schon wieder? Schon wieder? Ich bin zweimal ohne dich reingelaufen. Ah, ich war jetzt kurz die Fekse und blubblubblub. Yeah. Top-Kamera. Alle beide. Was ist jetzt dieses DOTS-D-Stil? Mutti, vielen Dank für dein Geschenke-Sub an Helmut. Danke sehr. Alter, Mutti, hast du nicht gemacht. Lass Mutti in Ruhe. Alter, alle Mutti in Ruhe lassen. Was soll denn das? Ja, aus. Knopf's ja nicht. Mmh. In den Helm stecken und nochmal oben draufknopfen. Hey, sie wird aber bitte. Äh, Lumi, wolltest du irgendwas sagen? Nope. Ihr kommt ignoriert. Ich. War das nicht? Hatten wir nicht neue Maps? Ah, nee, die sind anders designt worden. Das hatte ich irgendwie in der Info gekommen. Das war jetzt halt... Neue Maps ist noch nicht dazu gekommen, nein. Gut, dann... Ah. Irgendwas war mit Maps, die vielleicht... Ach, keine Ahnung. Nein, die sind jetzt noch ein bisschen grafisch überarbeitet worden. Merkt ihr ja selber hier an den ganzen Nebel und alles sowas, ne? Nebel? Es ist zu Nebel, nech. Also bei mir ist Nebel. Was für Nebel? Naja, sie leuchtet, leuchtet. Es raucht, ihr. Was? Ja, ich seh das auch bei dir im Screen. Also bei mir sieht das in dem Spiel ganz anders aus. Bei mir ist es auch klar hier. Ja, ja. Ja, bei mir ist es ja auch alles klar. Aber es ist halt so... Leuchte leuchtet halt anders als sonst. Mein Gott, Lydia. Ja? Ja. Lingen, lingen, dingen, die liegen. Ich muss bestimmt ziehen. Hier, guck mal. Hallo. Wir haben Licht. Warum ist es bei mir nicht? Oh, gruselig. War es das Licht? Habe ich schon wieder keine Tür oben gehört? Oder war das jetzt einfach nur... Ich habe keinen Plan. Ich denke, wir hieb mal meinen Fieberthermometer rein. Ich gehe mal mit dem EMF durch. Hallo? Wir sollten auch die Tür hinter uns zumachen wieder, ne? Ja, sag ich doch jedes Mal. Mein Reden. Ja, sorry. Ihr macht's ja nie. Ah, erwischt hier. Sorry. Hast du vollen Empfang, Lobi, mit der Schüssel? Schüssel, bleib ich vorlein. Das war ich. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ey, du bist hier im Licht. Ja, da antwortet es dich. Wollen wir hier schon, oder? Ja, ab und zu haben die auch mal Langeweile. Was? Hoa? Hoa? Hi, Happen. Hoa. Also, ähm, ich hatte es gestern, wo ich mit Noxus gespielt habe, hatte ich das Ruf, das Parapol-Mikrofon, und das hat auch diese Anzeige, ne? Danke. Und wenn die Anzeige so bei 9, 10, 12, 0 ist, dann ist das meistens ne Geisteraktivität. Und ich hatte grad 9, 0, aber ziemlich weit oben. Ja, das hat nämlich nur für große Maps. Weißt du? Ob rechts oder links lang, oder Schule oder so, als Beispiel. Aber hier, per dem Gebäude, da irgendeine Richtung, irgendwie. Ja, wir brauchen das Ding aber, oder? Mit dieser Schüssel? Ist es dieses OT-Blablabla-Ding? Nein. Das ist das schwarze Ding. Guck mal, die Tür ist hier auf. Nee, das schwarze Ding ist dröhnt wie, mein Gott. Guck der doch. Ich glaub, da ist Minustemperatur. Ich glaub, da hab ich gerade. Und da hab ich zum Beispiel ein Leitkommand an den Dezibel. Minus 003. Was ist so, Gefriertemperatur? Minus 001. Minus 002. Wie alt bist du? Ich weitervermittele, Minus 000. Minus 001. Ich frag so oft, bis du antwortest. So, schreibe hier. Wo bist du? Hier, nehme er Schieber-Kamometer. Eine Freundin? Auf jeden Fall. Bitte darauf an, wir ja nicht antworten. Eine Gefriertemperatur. Und diesmal möchte ich nicht abdippeln. Ich geh wieder zurück im Bench. Bist du ein Kind? Oh, guck mal. Mach mich gerne an. Hm. Das war deutlich, oder? Das war deutlich. Hast du das nicht gerade gehört? Nein. Was denn? Der hat gerade euch was gesagt. Ja, nee, wahr. Ich hab, hm, gemacht. Ach, nochmal was. Ach so, rede. Bist du ein Kind? Wie alt bist du? Hast du eingeholt? Loll. Was, lol? Hier. Nimm mal das Ding. Wo ist das? Oder darüber? Du, du hörst ihn, wenn du den direkt an... Äh, wie viel hast denn du Ausschlag jetzt, Kalli? 3,5. Guck mal, du musst irgendwo 7, noch was haben. Ich... Ich will mal kurz hier raus. Oder erst gerade weg. Und du hörst den, du hörst den dann richtig... Ja, ich hab's, glaube ich, gerade so... So, irgendwie sowas... Oh! Alter! Ja, voll lustig. Aber jetzt, jetzt... Oh, wartet mal, ich hab ja total was vergessen, ne? Was denn? Beutelchen, kannst du das Spiel auf Fasmo umstellen? Hä? Nubi, lass die Tür auf! Ah! Hey! Gut, der bleibt da. Was? Das Arschhoff? Boah! Habt ihr das Geräusch von denen gehört? Äh... Ich bin draußen. Sag mal, unsere Taschenlampen blinkern nicht mehr. Kann das sein? Ich war irritiert. Doch, doch. Ich bin aus dem Raum. Nein, meine war total geil. Ich meine... Voll am Läuschen. Ich geh raus. In dem Sinne... In dem Sinne... In dem Sinne hat Kadi schon recht. Äh, äh... Der... Der Rhythmus des Blinkens hat sich ein bisschen erinnert. Die Tücken... Das ist kein Rhythmus gewesen. Das war nur die Deckenleuchte, da wo Rhythmus war. Hier, bitteschön. Du kannst mit ihm kommen, die ziehen aus deiner Schüssel. Mit deiner Schüssel. Habt ihr die Geräusche von... Er hat echt gelitten. Der Smith. Was? Der heißt Wiff? Er hat... Er hat... Er hat gemacht und so. Du hast nichts gehört? Wer? Beutel? Was? Wieso hört dein Beutel durch? Äh, Kruzi. Warte mal. Keine Ahnung. Ich bin unter deinem Aufbau. Dann warte mal. Ich weiß nicht, ob ich das EMF jetzt mitnehmen soll, weil beim Spirit hat es nicht ausgeschlagen. Es könnte jetzt ausschlagen. Was ist denn dieses... Geisterbox? Ich hätte es alles umlassen sollen. Was ist denn das Ding an? Klebt man das an die Wand? Was ist das? Wie machst du die Kamera an? Du nimmst die in die Hand, rechter Mausklick. Mit F, oder? Mit E an... Mit F packst du die rauf, E anheben, alles? Standard. Ich höre gar nicht an. Ja, mit Profis. Warte doch. Ich muss überlegen, was ich mitnehme. Was habe ich hier in der Hand? Was ist das? Wir haben jetzt nichts gehabt, oder? Was? Pillen. Schluck Pillen. Nee. Ich habe Pillen. Wie? Du hast die dabei? Ich bin rot. Alter, sorry man. Ich habe nicht gelesen, sondern nur die Farbköpfe gesehen. Ach so, blau gehört automatisch mir, verstehe. Wow. Ah, warte mal. Lumi rot steht hier. Warte mal, kann ich das hier wieder... Ja, ich habe das hier wieder reingeschleudert. Wie geil ist das denn? Warte mal, ich bin überfordert. Warte mal, nehme ich eine Kerze? Ich nehme die Kerze. Doch, die Kerzen, dummer. Guck mal. Haben wir jetzt irgendeinen Teil gehabt, worauf ihr antwortet? Nö, ne? Ich habe... Temperatur haben wir. Stimmt, Minus Temperatur. Leute, ich darf nicht sterben, ne? Komm schon. Weißt du, was ich dir alles kaufen darf? Ja, aber er habe ich auch gekauft. Was nehmen wir denn jetzt mit? Soll ich die Kerzen doch mal mitnehmen? Ist doch bescheuert, oder? Bitte. Ich nehme nochmal alles mit, was ich hatte. Warte mal, ich muss meine Geschichte machen. Ich bin gerannt, ja. Ich habe gestöhnt. Entschuldigung. Der geht da oben ab. Ja, der hat ja alles angemacht. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Da ist er, die Kerze aus. Zweier EMF? Direkt vorne? Danke. Bitte. Wie alt bist du? Funktioniert das auch noch? Huuuuhuuhu, geh weg. Ist der jetzt am Teebo? Bist du ein Kind? Neuer Ninden link da ein Kinderbett, ne? Ja. Ich höre mal eben, das Kruzifix war immer. Äh, Vierer-Aumschlag. Ich habe die Kerze nochmal angemacht. Wie ist das runter hier, Nuckel, von Aline? Ey, er schiebt die Kerze. Bist du ein Kind? Die Kerze ist erledigt, Kalin. Ja, willst du es wissen? Bist du beendet? Juuuuhu? Alter. Juuuuhu? Ja? Oh, ich habe einen neuen designten Geist. Es ist iJoe. Oh, was klappert da oben? Aber so kann ich euch wenigstens die Geisterwelt zeigen, ihr Lieben. Was ist denn hier drin? Ja, Leute, ich habe einen Kaffee zu mir genommen. So ist das. Ich gehe nicht mehr rein, habe ich das schon gesagt? Okay, es ist wirklich dunkler geworden, es ist grauer. So ist das hier so dunkel? Wie alt bist du? Schade, geht nicht. Das Herz hat geklappt. Ja gut, die Badewanne war nicht gerade sicher. Aber ich hätte es nicht nach vorne geschafft, der war schon hinter mir. Mit Kruzifix drauf, so, so, interessant. Was brauchen wir denn alle? Nein, sie hat nicht das Buch geschrieben. Sie hat das Buch geschrieben? Seid ihr im Haus? Nein, wir sind... Ach, Feige draußen im Van, alles klar. Wow. Selber wow. Das sagt hier, ne? So totes wäre ich. Ich darf auch mal sterben. Warte doch. Was macht das? Was nimmt mich denn jetzt so mit? Ich glaube, das war das. Reppenfreund. Reppenfreund. Ach mal, dieses Gerät hier irgendwie an in der Hand. Was? Nein, dieses, 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 dieses Brillenetui. Schade. Wie meinst du, nee, den hängst du, glaube ich, allerdings hier an Kopfhörer, hängst du den in den Raum. Okay. Also beim ersten Mal hat es ja gut funktioniert mit dem Badezimmer. Aber, aber, mhm. Er sammelt denn hier das Zeug, genau? Kein Smith. Er schmeißt dir den Täti hin. Also ich hatte ein EMF Level 5, äh, 4. 4, sorry. Könnte sein, dass es zum 5er wird? Hi. Das ist ja fast wie... Ich hab's vergessen. Lumi, renn! Nein, Lumi, bleib stehen! Renn doch nicht, Lumi. Der möchte dein Freund sein. Unten! Ich hab den Vornamen vergessen. Smithy! Unten! Du bist ja ne Rülpsbacke, ne? Warte doch mal, Smith? Die Geister müssen zusammenhalten. Ja, warm. Könnte sein. Nein, Smith! Geh nicht nach oben! Blumi ist nach unten gerannt. Smith, Smithy! Aber ins Badezimmer bei mir reinkommen, oder wie? Das sind die Leute, ja. Geh mal wieder spielen. Smith? Da fährst du dich doch mal anziehen. Smith? Nee, ist noch nicht versichert, Kali. Also, bei mir ist er jetzt weg. Ja, hier hier, dafür bin ich zu klein. Ich hab da noch nicht ausgemacht hier, ne? Er ist fertig. Ja! Ja, Kali. Ja! Bitte, unten, Smithy! Unten, er ist gerade da! Mit seinen weißen Tonschuhen. Unten. Was ist denn das weiße Tonschuhe? Sieht gerade danach aus. Smith! Oh, du bist der Pfeiffer, Smith. Äh, ja. Hä, aber wie soll man... Achso, da muss man dann daneben stehen bei den D.O.T., wenn das das Teil ist oder so, Grät, dass er denn da langläuft in diesem Schein des... Er ist gerade langgelaufen beim D.O.T. Ja, ich glaube, da muss man einfach daneben stehen oder so. Packt eine Kamera rein. Eine Kamera? Bei 100 IQ? Das ist recht heftig. Ich glaube, auf Dauer würde es bei Beutelchins Arm nicht reichen, mich die ganze Zeit hochheben. Ja, Frau Leid, du hast dich qualifiziert. 40 Prozent, ich glaube, ich spinne. Was? Da kann ich doch nichts dafür, dass mein Hirnpasser das darf. 5 Prozent, oh! Warte mal, wie macht man denn die Kamera an? Rechter Maus-Klicken-Ups, ey. Wie mache ich denn die wieder vom Stippchen ab? Mit F? Oder E einfach nehmen? Ne, E nehme ich das ganze Teil. Ich glaube, die Kamera ist nicht an. Ja, Susi, guck mal. Ich war die Decke binden, sollte reichen. Aber dann seht ihr nur meine Füßchen, ne? Telefon! Ah, ich habe die. Ich weiß nicht, ob es jetzt an ist. Aber was bringt das hier? Das ist so aus. Wenn sie jetzt rechts geht, würde das ausmachen. Ich habe sie gerade angemacht. Und ja, ihr Lieben, ich glaube, wir haben eine größere Verzögerung als 10 Sekunden. Warte mal. Ich bin jetzt noch im Van und gucke auf die IQ-Zahl. Ich bin jetzt noch im Van und gucke auf die Kamera. Ich habe es nur auf den Rechtsweg gemacht. Ich bin jetzt noch im Van und gucke auf die Kali runter. Ja, ja, Smivy. Hier. Die sind unten. Unten, 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 unten. Die gehen Richtung Küche und so. Ja, rülpst sie voll. Küche, 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 Smivy. Lumi habe ich nicht gesehen. Der war ganz schön schnell. Lumi schietet. Aber er müsste rechts sein. Rechts von der Küche. Ja. Perfekt. Mach alle Türen auf. Wo gehst du denn hin? Hä? Smivy? Hallo? Falsche Richtung? Wenn du jetzt wieder nach oben gehst. Oh, ey. Einmal mit Profis. Aber mich schnappen wollen. Das sind die. Oh, er hat Geschmack. Ist er fertig? Ja. Die Gesteine. Ich möchte es aber so, dass sie bleiben. Gubi, ist er fertig? Nein. Mit Jorgen? Ja, ist er. Ich hab mal den Strom rausgemacht. Ah, das Telefon. Ich geh. Ey, die Kalli haut einfach ab. Was? Was? Ich hab meine Kamera unten hingestellt. Meinst du, das bringt was? Boah, die Treppe. Da siehst du die Umrisse vom Grace, wenn er an der Kamera vorbeigeht. Aber ist es jetzt dieses D-O-T? D-O-S? Aber die Kamera doch nicht. Ich glaub, das ist das, was ich an die Wand gemacht habe. Aber da kann man nicht durchgucken, so im Van. Ob da, da, keine Ahnung. Also das grüne Teil verstehe ich hier noch nicht. Auf jeden Fall wird unsichtbar. Ach, das soll unsichtbares. Wenn irgendwas ein unsichtbarer Geist ist, wird das wahrscheinlich sichtbar. Nein, das ist doch wie dieser, ich glaub, dieser Gold-Code oder Gott-Code oder so ähnlich. Was für ein Co? Hat Gold? Er hat Gold. Das ist einer von den beiden neuen Geistern. Ach, du meinst Gojo. Oder so, ja. Warum? Warte mal, lass mal gucken. Gojo war, der ist leise. Ein Gojo zeigt sich in der Regel nur vor der Kamera. Na, wenn keine Menschen in der Nähe sind. Meine Kamera steht unten. Also ist es dieses D.O.T.S. Projektor. Hä? Ach schon. Ja, gesehen in der Kamera, was? Lass mich jetzt einmal hoppen und lassen, was? Was? Song. Leute, du wisst hier. Ich hab mich aufgeopfert, um euch zu retten. Ach, komm mal auf. Und ihr habt immer noch keine weiteren Beweise. Jetzt gebt euch doch mal Mühe. Mit wem zocke ich denn hier eigentlich? Also ist der Beutelchen talentiert. Hey, Alter, was hast du nicht gesagt? Leute, sagt jetzt nichts Böses zu Beutelchen, ne? Ja, Lumi. Lumi. Warte mal. Nein, nein, nein. Das ist deine Königin, ne? Ich würde da jetzt nichts sagen, ne? Also im Haus steht noch eine Kamera vor der Treppe. Wollen wir die noch hochbringen und ich packe hier dieses, keine Ahnung, Gret noch an die Wand, an die Ecke? Hm. Hm. Oder sagen wir einfach, wir haben das Ding anledigt und hauen ab hier. Ja, ich muss nach zwei Sekunden, große Weg. Ja, das hab ich natürlich. Ein Schutz. Ja, einmal mit Profis. Wenn er kommt, dann denkst du nicht auf Kruzifix. Wie wär's mal mit, äh, ach, der Kamera ist da hinten. Warte doch. Mein Gott, Lumi, Mann, Kommunikation. Du kannst sprinten. Wie wär's mal mit EMF oben abschecken? Da, guck mal, Kamera. Hier, meine, die total unterzieht steht. Nimm sie doch mit. Ich hab's Licht ausgemacht. Ich hab irgendwie das Gefühl, ich hab voll Bock auf Strom und so. Ah, da kommen die erstmal mit. Jetzt wollt ihr einen Teller haben? Hab ich gerade runtergeworfen. Er ist hinten am Kinderbettchen, ja? Geht doch mal rein. Hopp, 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 hopp. Also ich würde da nicht stehen. Was war das? Das war ein Event. Glückwunsch. Oh, er spielt mit Bauklötzchen. Echt? Ja, süß. Der Michael Smith. Ein Lumi, Mann. Was ist mit der Kamera? Die muss auch noch hoch. Vielleicht denken sie, wolltest du mitnehmen. Ich hatte doch, ich hab doch... EMF. Mensch, Kaliwester. Warte doch. Warte mal. Warte, ich hab doch jetzt mehr. Ich muss alle Sachen neu kaufen. Was? Warte mal. Sollten eigentlich ohne Discord drehen, wäre lustiger. Ja, Black, möchten wir gerne, aber... Warte mal, ich hab die Kamera hier einfach hingeschmissen. Warte, Lumi. Er läuft hier oben. Das Problem ist, wir hören die Kali nicht. Deswegen sind wir gezwungen, über TS zu quatschen. Und Lumi meinte, er hatte Probleme gehabt. Gestern beim Spielen. Das wäre übelst laut gewesen. Lumi? Lumi? Ja? Kommst du mal zurück? Jetzt passiert. Ja, da an der Tür hab ich irgendwie was gesehen die ganze Zeit. Ob da ist da, ist ähm... Ja, in der Tür ist jetzt schwarz da, der Raum da. Aber nee, äh, das sah aus, ob da hinter eine Tür ist und die mal auf und zu geht. Aber ich glaub, da ist keine Tür. Vielleicht war das ja... Vielleicht ist es so ein DOT-Gedöns gewesen. Vielleicht ist er da im Flur gerade langgelaufen. Er läuft die ganze Zeit hier im Zimmer rum. Im Zimmer nicht. Direkt vor der Tür, vorm Zimmer. Hab ich gerade die ganze Zeit irgendwo bei dir sehen. Oder das war die Elia. Ich steh vor der Tür. Was? Mit der Geisterbox da hat er nicht drauf reagiert, ne? Seht ihr das? Nee, das nebenbei, was ist das? Ein Daddybär. Aber die ganze Zeit war da so ein Schimmer, so, keine Ahnung, ob da die Tür im Licht und dann wieder im Dunkeln und dann wieder im Licht. Das kann aber auch eher gewesen sein. Nee, der lief hier vorne im Salz rum. Ah. Echt war ja das. Ich nehm mal, ich nehm mal das Sportlicht und guck mal nach Fingerabdrücken. Warte auf mich. Warte mal. Wo hab ich meine Kamera? Und sonst so, Leute, geht's euch gut? Also mir geht's gut, ne? Alter, jetzt haben wir da oben, jetzt hab ich sie, glaub ich, richtig angemacht. Wie geil ist das denn? Alles schick. Die Kamera ist nur aufgeklappt. Voll toll. Was? Was? Leute, rege doch mal hier. Keiner will nicht wahr sein. Fingerabdrücker. Nice. Gut, Fingerabdrücke. Lasst mal gucken, was haben wir denn? Wir haben Jinn, Dämon, Handschuh. Für den Handschuh brauchen wir Geisterorb. Abdrücker. Was hab ich noch gesagt? Jinn hab ich gesagt. Jinn brauchen wir EMF 5. Ich hatte einen 4er. Und Jinn war mit Elektronik, ne? Ja. Jinn war mit Elektronik. Ein Dämon. Also war da meine Gedanken richtig. Und Dämon braucht Geisterbuch. Ja. Und wie gesagt, ich hatte oben ein EMF Level 4. Der könnte aber noch zum 5 werden. Ja, aber guck mal. Hier steht doch aber, den Ort, seinen Strom zu erziehen, hindert den Künnen am Nutzen seiner Fähigkeiten. Und wir haben den Strom ausgemacht. Und er ist aktiver geworden. Nein, 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 nein. Er ist nicht aktiver geworden, gefühlt. Also er ist jetzt die ganze Zeit nicht aktiv. Und ich bin die ganze Zeit vor der Tür. Aber das ist ein Jinn. Ich dachte, mach mal Strom aus. Er hat die ganze Zeit auch nicht Strom ausgemacht. Was war das letzte Handtuch, ne? Handschuh, genau. Der Handtuch, genau. Der Handtuch, genau. Kampfkumpel, Zwerge, Thomas. Hoha. Also sonst würden sie ja auch ohne euch hier rumwandeln. Ne, ich brauche ein Jinn. Glaub ich. Was braucht man für ein Jinn noch? Ein Jinn? Ähm, EMF Level 5. Und ich hatte hier hinten in der Ecke einen 4er. Es könnte zum 5er werden. Könnte. Ja, dann würde ich auch fast auf den Jinn tippen. Ja? Guck mal, guck mal, wie oft wir jetzt schon durch die Kamera geguckt haben. Da hätten wir schon lange mal einen Geist draufsehen müssen. Ja. Bin ich auch dafür. Also machen wir EMF-Gedöns 5. Ja, und wie gesagt, der ist hier nicht sichtbar geworden. Seitdem. Sag ich, nicht so krass mehr aktiv, seitdem ich da mal den Stecker jetzt so hoch habe. Alter. Alter, bin ich gut, Junge. Guck mal bei den Fotos. Alter. Hast du ein kleines Geisterfoto geschmeißen? Ja, ich sehe da nichts. Ich habe doch kaum was, ey. Was ist das? Das ist ja gar nichts, ey. Das ist einfach nur ein Farbfleck. Fingertrücker ist auch nichts zu sehen. Ja, nur Holz. Ich habe das schon ausgedruckt. Und mich noch nicht mehr abfotografieren während des Ablebens. Also gehen wir das für zwei. Könnt ihr mich nicht mitnehmen? Hallo? Nur weil ich tot bin? Das ist diskriminierend. Tut uns leid. Einfach weggefahren. Ich muss alles neu kaufen. Naja, fast alles. Hä? Alles passiert. Äh, wir nehmen mal was Größeres. Oh, ihr hört die Kalli wieder doppelt? Ey, ich nicht. Ich habe nichts doppelt. Sehr schön. Dann mache ich hier eine Aufnahme-Präuschen und dazu wird es in der nächsten Folge wieder. Dann mache ich die Frau wieder zu Doppeln-Präuschen. So, das einmal rein. Das wird sich hier beschwert. Siehst du laut, Mann? Geh mal vor deinem Mikrofon bitte direkt weg. Geh vor deinem Mikrofon weg. Kannst du ruhig reden? Was kann ich? Dann lass es. Was denn? Dann lass es einfach so. Du brauchst nicht reden. Alles in Ordnung. Hallo? Natürlich tue ich das. So, jetzt kann mir auch mal jemand was ausgeben, ne? Was denn? Okay, dann fang ich da. Ich mache es selbst. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Ja, ja. Gut, sie gefixt ist. Auch nicht mehr. Eine Kopfkörper. Schwimmt hier im Jelz? Wer ist das? Ja. Der Zwerch? Tja, das liegt daran, dass ich so lange überlebe. Im Gegensatz von manchen anderen Personen hier. Ich habe da andere Theorien. Warte, ich habe Störfakt. Was? Lumi, bist du noch da? Lumi? Hallo? Kopfkameraden. Ich glaube, die Kalli hat sehr viel Kaffee noch. Was ist der? Nee, mein Dings ist... Was? Nein. Ich habe das gerade übersteuert. Nein. Thomas, mein Kaffee ist jetzt nicht leer. Einen Tropfen habe ich noch. Warte. Boah, jetzt ist auch dieser Tropfen weg. Kaffee ist geschafft. Ich komme noch ein. Später. Später. Jetzt nicht. Jetzt wird ein Ruf. Alle warten. Kopfkamera ist drin. Da haben wir vier und... Stacke, da sind wir. Breit. Ich seid ja auch schon alle breit. Wir gehen in die Schule. Oh, die Schule. ABC? Ja, wir lernen jetzt das ABC. Was dagegen? Ja. Kann ich nicht. Warum? Oh, na denn. Kurz mal Zeit. Ab in da. So, ich glaube, die Kalli hat man wieder eins sind. Einzelt ist gut. Hallo. Check, check. So, Geisterfoto macht Lumi. EMF macht Lumi. Event macht Lumi. Thomas, ey. Thomas Miller, ich will den Martin wieder. Warte mal, was will ich denn noch haben? Äh, ich nehm die Box. Buch und Box. Ist das wahr? Ist das toll? Ja, ja, kannst du euch machen. Ähm, Foto, ein Thomas Miller. Können nichts sagen, wie immer. Nie können sie auch was sagen. Nee, der darfst dann gerade Farbe im Endecke. Und Kopfkamera nicht vergessen. Ähm. Ach so, jetzt kannst du deine Schüssel benutzen, Lumi. Von an der Tür und gucken, wo das erste Geräusch kommt. Oh, die nehm ich mal. Oder auch nicht. Was haben wir denn noch nicht? Dann wissen wir, das war auch noch rechts. PV. Gut, das ist so. Keine Ahnung. Weiß es nicht. Ich hab hier das Radionus kaputte und ein Fieberthermometer. Ja, interessiert keinen. Herz mich mal. Aber so richtig. Verdammte Kacke hier. Hallo, Thomas. Ey, Leute, bald ist Weihnachten. Verdammt, ne? Und wo ist er nun aktiv, Lumi? Was bekomme ich von euch? Links, geradeaus, ja nichts. Was kriege ich denn? Nichts. Also, ich will eine neue Tastatur, eine richtig geile und eine neue Maus. Jetzt kommt die schon wieder da mit an. Ja, Mann. Wie oft willst du denn noch eine Tastatur? Na, von... Predator. Ach, von... Noch... Nicht einfach so eine stinknormale Dingsbobens. Ne, richtige, ordentliche. Und eine Predator-Maus. Das ist ein Heim. Das wäre aber ein Wunsch für Weihnachten. Wie verflörend bist du denn, sag mal? Bis dahin kannst du sparen. Ähm. Was denn? Seit wann gibt es da oben Lichter? Wo gibt es Lichter? Na, da oben siehst du das nicht? Wenn du in die Richtung guckst, erkennst du, dass links und rechts Licht sind. Lichter sind. Wo ist rechts und... Das ist doch eine... Ja, hallo, da ist hinten ein roter Punkt. Okay, ich glaube, die Kalli sieht das nicht. Wieso sehe ich das nicht? Ich bin doch der Ors. Leute, ihr... Ihr seht das, ne? Ich hab die noch hier erstellt. What? So. Links. Oben an der Wand. Eine Lichtspiegelung. Ja. Siehst du die? Hier. Lichtspielung. Der spiegelt sich. Was war das für'n Ton gerade? Genau. Was war das für'n Ton gerade? Genau, Mutti. Und Tastatur. Äh, da muss noch wen verbringter da draufstehen. Da bin ich zufrieden. Ja, die ist toll. Hier hält was aus. Äh, ich will noch. Und hier hab ich mich wunderbar gewöhnt. Besonders Tastatur. Was? Auf jeden Fall gruselig aus mit den beiden Lichtern, wenn du weißt. Du, wir sollen doch mal sagen, wann der die Schüssel ausschlägt. Ja, gar nicht. Ja, nicht, mach die Schüssel. Du, wir reden gar nicht mehr mit uns. Also, also dein Gejammer ist ja gar nicht, wenn du sagst. Wieso bei Gejammer? Ich jammer nicht. Ich hab da drei, 003 gehabt. Hier steht die ganze Zeit in Wispel, bringen sie dieses Gejammer zum Schweigen. Äh, s. Oh, äh. Ganz witzig. Was? Wirklich jetzt? Gar nicht so viele Bäuse, oder? Thomas. Echt? Gibt's da viel? Ein kleiner Schmunzler war's wert. Ja, ein kleiner, ja, und so. Ich hab nicht geschmunzelt. Ich bin immer noch am denken. Ha, hör auf. Sag nichts, Louis. Sag nichts. Nichts. Es haben wieder nichts Nettes für mich hier. Thomas, gib laut. Gib uns ein Zeichen. Genau, du warst Müller, Mann. Müller. Wir können auch Müller sagen. Müller. Thomas, 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 Thomas. Müller. Thomas, Martin. Was? Ach, Müller, Mann. Nicht Müller, Müller. Ja, Martin war der Beste. Gib uns ein Zeichen. Brauchst du auch nicht, alles in Ordnung. Ich rede mit Lumi, bei der hat die Schüssel. Die Schüssel. Die Schüssel. Lumi ist Schüssel-Expert. Schüssel. Ich brauch Kaffee, Mann. Du hattest doch gerade Kaffee. Ähm, sag mal. Was? Komm mal zurück hier. Was? Hast du hier keine Friertemperatur? Ach, ist dir kalt hier? Nee, weil du gerade, wo du hier lang gelaufen bist, so einen Atem hinter dir heilt. Das war Mundfreude. Was? Ach so, gut, okay. Die ist ätzend. Kannst du mich mal? Dann können wir weiter. Nicht ein Eidemal? Ach so, ich dachte, ich dachte ja, Kalli hätte sich nach dem Aufstehen den Mund ausgekehrt und so, weißt du? Aber anscheinend doch nicht. Ich steige jetzt hier aus, ja? Ach, da hat er ein Scheiß-Jalehne mit dem Thomas Müller, Mann. Ich spinne. Siehst du, Thomas? Bisschen faul, neulichs. Da kommt nicht, Hörwe, 4,0. Ja, da hab ich auch mal geguckt. Was doofe ist, man kann das Zeug nicht auf Rechnung aufnehmen. Ja, aber alles, was für 4 oder 5,0 ist, das sind unsere Bewegungen, wirst du? Das ging so, ja, wo die Befutter stehen und du solltest mit deiner Schüssel Empfang und so aufnehmen. Aber hast du ja nicht gemacht, jetzt sind wir hier schon oben, verdammt, Mann. Sag mal. Ja, was denn? Pst. Kann hier wohl nicht wahr sein. Telefon. 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 Was, Telefon? Wo ist das Telefon? Telefon hat geklingelt und ihr, du quatscht einfach weiter. Ja. Thomas, gib Zeichen. War das unten? Weiß nicht. Das war auf jeden Fall weit weg. Ich hab's auch vernommen. Also während meiner Vision hier. Ach, jetzt hat sie's vernommen auf einmal. Es wird lauter. Was? Und wie links auf dem Ohr hatte ich das. Ich hab's gerade gar nicht, kaum gehört. Gib uns ein Zeichen. Thomas. Thomas. Ich glaube hier hinten. Ich hab hier hinten noch etwas mit links, guck mal, ne? Auf jeden Fall wurde es lauter. Oh, Mann. Echt? Martin? Echt? Ah, nee. Bisschen, kein Martin. Wo hab ich denn da geguckt? Bestimmt irgend so'n... Da kriegst du... Da kaufst du das so, bezahlst du gleich und da kriegst du niemals eine Tastatur. Deswegen mach ich das. Man kriegt die sonst. Ähm. Keine Ahnung. Also, ich hab die nur... Was denn? Ähm, ich glaub, der ist unten. Ich hab gerade ne Tür gehört. Ja, ich auch. Ähm, da also so kriegst du die ja nur, wenn du ein ganzes PC dir holst. Hast du die Maus und Tastatur dabei? Ja, ich will ja nur die Tastatur aus. Ich hab den ganzen Turm noch dazu. Äh. Weißt? Ich geh auch mal. Aber ich seh kaum was. Entschuldigung, ich bin gefeiert. Bist du drin? Alter, ihr Fiesen. Ihr Fiesen. Ich hast du hinter dir. Die Eisen, die Pissnasen. Alter. Ich wusste ja nicht, dass du immer zu mir hinterherkommst willst. Ich hab die Tür zugemacht. So, an die Maid. Du bist echt... Wenn du so langsam bist. Junge, das gibt's ja nicht. Ich pack dir auf keine Kuhhaut. Hör auf zu weinen, ey. Nimm das wie ein Mann. Hast du, dass ich sehen wollte, wie die mich hier aufbaut haben? Das kann ja nur nicht wahr sein. Ich hab die Tür noch mehr aufgemacht. Ich hab sie noch mehr aufgemacht. Das hab ich ja, ey. Das hab ich ja... Ah. Nach der Maus hab ich gerade nicht gesucht, aber an der Tastatur, ja. Schon, aber... Ich dachte, du rennst weiter. Ja, ja, komm. Ganz ruhig, tu ihm, dass der Stift schon geguckt hat, dass du, wo du die Tür zu ihm machst. Ich hab mich hochgeschraubt. Ich hab nicht mal an die Tastatur gekommen, Rita. Was? Ja, 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 klar. Der hat mir jetzt nicht erst noch aktiv. Ich hör ihn. Was ist denn der noch aktiv? Ich kann ja wohl nie wahr sein, hier. Ja, genau, Beutelchen. So ein fies Zwerch. Lipp dir eh, die auch. Nimm die ganz... Das ist wieder der Halt. Das ist ein Opa. Guck mal, genaue Daten. Warum einzeln kaufen? Ja, einzeln kaufen. Wenn, dann würde ich es ja auf Rechnung kaufen. Also, ankomme und dann zeigt es. Das ist... Irgendwie freut sich die Idee. Aber das geht... Das schlägt ja schon Lopis Treppenboot. Sven, ich kapier's nicht. Was? Ihr guckt schon, wie ich abgekratzt bin. Na, guck doch, ich hab mich abgekratzt bin. Das ist total lustig. Wie ist das Rüchten denn hier? Die neue Methode, auf Stühlen zu sitzen. Oh, Screenshots. Alter, Ihre und Bedrohungsschutz. Danke, PC. Dachst du, dass du das war uns das Zockens machst? Oh. Sehr freundlich. Warte, ich hab gerade kurze Kopfschmerzen. Ey, das Spiel ist sauber auf jeden Fall. Also, wir haben gar nichts. Haben wir irgendwas? Wir haben gar nichts. Wieso haben wir nichts? Ja. Was ich ja leider mache. Dass schon wieder die Richtung vergessen wurde. Ja. Ich hab keinen Plan. Ich weiß gar nicht. Ich bin doch gar nicht. Ach so, Helia. Mach das Ding halt. Hab ich? Natürlich, das lasse ich mir doch nicht hingehen. Alter. Wir haben auch gepackt. Wir haben schon ein Satz. Okay, kann ich gar nicht trinken. Sieht elegant aus. Oh, wartet. Ich bin überfordert, gänzlich. Ich weiß, dass wir alle hier ab Nippel wären. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Jetzt mache, Cardi. Aber dass er aktiv war. Ja. Hat nur gemerkt an der Tür. Ach, die noch was zu sagen. Ich glaube, je näher der kommt, umso mehr wackelt. Aktiver und blinkt es ja. Ja, genau. Die Lampe und so. Also auf jeden Fall muss er da irgendwo an der Treppe sein. Soll ich mich nicht hier glücklich zurücksetzen? Der kam von vorne. Oder er lief schon. Er lief die ganze Zeit. Aber er hat sich doch gerade eingeschnappt. Und dann lief er weiter. Sonst ist er doch eine Weile inaktiv. Oder auch nicht. Oder so. Ich habe gerade vom Lachen Kopfschmerzen. Boah. Ach, eine Pullerpause. Also er kam mir hier vorne vom Eingang entgegen. Äh, lose. Äh, Kopf voll gestanden. Ähm, Cardi? Ja? Kommen wir mal mal zurück. Ja, habe ich vorgehabt. Ich gucke nur gerade, welchen Eingang ich nutze. Ich glaube, ich bin aus dem gekommen. Dann stell mal, stell mal hier, ähm, am Computer deine Kopfkamera ein, bitte. Mhm. Dass wir es sehen, oder wie? Na, erstens, dass wir es beobachten können. Aha. Und zweitens, dass wir auch noch was zum Lachen haben. Alter, das solltet ihr denn aufgrund dessen Licht tun? Wisst ihr, wie viele Kameras ich jetzt hier durchbenden kann? Die Elia muss mitkommen, die muss mir sagen, rechts, links, geradeaus und da ist er herkommen. Die Elia stand direkt davor. Ich muss links rein, ne? Ja, und dann kam er vom Eingang her. Was, das war der Eingang? Ja. Also wenn du dann nach rechts guckst, da kam er mir dann entgegen. Ja. Ja. Lumi, das wird's nicht packen. Lass sie denn? Die war es nie. So, also. Die hellste Kerze, ich sag mal, stell ihre Kopfkamera ein, ja? Und was macht sie? Stell deine ein. Wieso? Die kann ich gar nicht. Wenn ihr abhin im Bild seid, dann kann ich nicht eure Kopfkameras einstellen, weil die nicht mehr aktiv sind, verdammt. Aber ich sehe Elias Kopfkamera. Das ist breit. Ich sehe Kallis Kopfkamera. Elia lebt ja nicht mehr. Die hat's auch erwischt, Lumi, Mann. Passt du auch mal auf? Ich stehe direkt neben dir, Lumi. Ah, siehste, er ist schweigsam. Er hat's nicht gescheckt, dass du auch abgenippelt bist. Lass du tun, was ich sage. Was? Verarbeitet das dein Hirn schon? Was verarbeitet, was? Ich sag doch, dir, die abgenippelt sind dafür zu dir. Du solltest deine eigene Kopfkamera hier einstellen. Ja, hab ich doch gemacht, meine eigene Kopfkamera. Sie doch, die steht gerade vor der Tür. Ja. Und geht nicht rein. Schlipp dich mit dir, Lumi. Guck, guck, im Stream. Wenn du das aufhörst, Lumi. Dann siehst du's. Dann hast du eine andere Einstellung. Was ist denn für eine Einstellung, Bahn? Was ist denn das für ein Schmutz? Das ist eine Kamera. Das ist Schmutz? Und Kali, hast du jetzt schon einen Beweis? Nein, hast du einen Beweis? Ich bin tot wegen Zwerg. So, Edia, führe er mich. Wenn du mir nicht sagst, dass du hinterherkommst. Der hat geradezu. Geradezu und dann rechts kam er. Ich weiß aber nicht, ob er dann die ganze Zeit aktiv war. So wie jetzt gerade. Von da kam er irgendwie. Ich kann aber nicht sehen, was für eine Tür auf ist. Kurze Durchsage. An den Moderatorer Tee saufen. Einmal bitte diesen Helmut 431. Bitte bannen. Danke. Lumi, willst du heute eine Markenschelle haben? Lass den Helmut in Ruhe. Ja, schon wird er aufmöpfig. Obwohl er schon lange im Bett sein muss. Ich weiß das genau. Wo er recht hat, hat er recht. Ja, schon eine halbe Stunde überfällig. Das ignoriert er einfach. Frage an die Verstorbenen. War jemand in der Sporthalle? Nein. Tschüss auf. Frage an die Verstorbenen. Oder der ist hier nur lang gedackelt. Naja, er kam mir wie gerade entgegen. Und er müsste in einem Raum sein mit Telefon. Ah, es liegt auch hinter mir. Ich glaube, wir können eigentlich das aufgeben. Kalli wird es nicht schaffen. Ja, werde ich auch nicht. Sie muss noch drei Dinger suchen, ne? Natürlich, es sei denn, es ist ein Vier draußen geworden. Meine Güte. Baut sie, kann sie. Was? Nichts. Wer kann sie? Nein, alles in Ordnung. Guck nur aus dem Fenster. Gib uns ein Zeichen. Äh, mir. Ich glaube, wir haben es so oft Thomas gesagt. Ich glaube auch. Und von da kam er mir entgegen. Vielleicht ist er rechts in den Klassenräumen. Wo bist du? Gleich bei dir. Wie alt bist du? Sehr alt. Wow. Wo bist du? Ich werde von Mulden bedroht. Was? Es heißt Treppenrutscher, Helmut. Wie alt bist du? Alt? Habe ich schon gesagt. Hallo. Hi. Rede mit mir. Mach ich doch. Du doch nicht. Ich habe die heimliche Box an. Ich weiß, das sehe ich doch. Kali ist auf einmal ruhig. Ich glaube, er jagt. Waddi? Doch nicht. Sie quatscht noch. Ich tue nicht so viel. Gib uns ein Zeichen. Ja. Später. Wie alt bist du? Du hast mich gerufen. Sehr schön. Thomas. Weniges Sein. Thomas reagiert drauf. Aber wie gesagt, wenn er jetzt trotzdem gejagt hat und mit keiner Taschenlampe flackern und IMF-Ausschlag, dann kann es sein, dass er unten gelaufen ist, guter deutsch. Das doofe ist, ich habe jetzt die Pillen schön genommen und das nuckelt jetzt schön runter, bis mein IQ wieder so toll ist. Ja, bis schon bei 48. Ja, genau. Er jagt ja und dann bin ich hochdeckt. Das ist ja mehr wie jetzt. Was? Alter, das habe ich gesagt. Kannst du nicht mal. Scheiße, ich will da nicht rein. Wieso muss ich da rein? Soll ich abnippeln oder soll ich einfach? Wollen wir einfach Ratespiele machen? Scheiße, was machen wir denn? Na, können wir nicht. Ja, stimmt. Oder gibt es einen Geist hier? Warte mal. Gibt es auch einen Geist? Wir wissen es nicht. Geist. Ein Meiling ist dafür bekannt, dass er bei der Jagd leise ist. Meinen Sie vielleicht auch dieses EMF? Oder leise, dass das war so wie bei uns. Warte mal. Ich wusste, ob das dann noch tief war. Alter, wenn ich sage, warte mal, hör auf zu quatschen. Ja, wieso? Hörst du was? Ja, ich bin gerade drin und es hat geklingelt. Das war auf jeden Fall hier sehr nah. Ist hier ein Telefon? Nein. Könnte oben sein. Wo oben? Oder hier in den Raum. Entweder der Raum. Packen wir mal das Buch vor. Buch? Ja. Ich packe da Bücher hin, wo ich glaube, dass ich es gerade vernommen habe. Aber ich werde jetzt Bücher suchen, ja? Unten. Da, wo der Geist mir entgegen kam. Da, wo ich jetzt langgegangen bin hier? Ja. Siehst du mich? Warte, ich bin gerade im Raum. Ja, du kommst mir gerade entgegen hier. Kann sein, dass es der Raum ist. Das war nämlich sehr laut gerade auf den Ohren. Oder es könnte sein, dass er oben ist. Wie alt bist du? Box reagiert da nicht. Vielleicht andere Sachen holen? EMF? Cool. Lass alles hier liegen. Na gut. Es war nämlich laut. Es könnte auch oben sein. Da. Und wie? Oben? Oben? Ach je, je BD. Wirklich oben? Ja, ich habe gesagt, in jedem von den beiden Räumen da oben. Wieso da oben? Ich will nicht da oben. Ich glaube, das ist der Raum hier. Unten? Nein, oben. Was nehme ich denn jetzt? Also, die Box nehme ich mit? Also, ich würde auch eher auf den oder auf den direkt an der Treppe tippen. Also, ich nehme das Buch noch mit, ob das Radio kommt. Ich glaube eher, das ist der, wenn du unten in der Haupthalle bist, dann links lang gehst. Der erste Raum da rüber. Da stand ich nämlich gerade und das war da sehr laut. Ach so. Sackbeinhörn? Ich nehme noch mal Pillen. Hab ich ja noch mal. Beutelchen, weil ich jetzt gerade nicht lokalisieren konnte, wo das herkam. Aber ich glaube, könnte von... Hier, komm. Aber warum war er unten? Weil er schnell war? Es ist bestimmt ein Revenant. Oder er ist... Nee, ich war... Ich war ja in diesem Augenblick an der Treppe. Und er kam nicht von oben. Wieso muss ich den Hotze eigentlich alleine regeln? Tja, wir haben uns geopfert. Kalli, der Kaffee ist fertig. Oh ja, Kaffee ist fertig. Ich nicht. Ich wurde hier auch froh. Tja, für die Allgemeinheit. So, machen wir eine Spur für die Kalli mit Büchern. Der oder der Raum da... So viele Bücher gibt's da in der Schule ja auch nicht, wie Kalli bräuchte. Warte mal. Hab ich schon wieder ein Telefon gehört? Ja. War aber nicht hier oben. Hast du dein Telefon gerade gehört, Kalli? Ja. Ja. War auf jeden Fall nicht hier oben. Ich stehe gerade oben. Der Strom ist an. Gin? Also hier unten habe ich das Telefon sehr laut gehört. Ist das Lumi da hinten? Ich glaube, ja, ist Lumi. Ja, ja. Ich stehe gerade mal die andere Seite. Hier gibt es Kaffeetassen aus. Hier gibt es leider keine Kaffeetassen. Also da, Kalli, wo du warst, oder ein Raum hier weiter, da habe ich das Telefon von links. Hier, links, das siehst du eh nicht. Am Eingang, da habe ich das Telefon richtig laut gehört. Da, wo die... Warte mal, ich habe sie gehört. Das ist auf der anderen Seite. Das war bei mir hier drüben auf der Seite. Kalli, falsche... Das Telefon war da drüben. Du siehst mich ja gar nicht. Treppe hoch. Auf jeden Fall oben. Auf jeden Fall oben und dann links. Da bin ich mir aber unsicher, weil ich da gerade stand und das Telefon zu leise war. Auf jeden Fall irgendwo in die Richtung. Oder er benutzt mehrere Telefone. Möglich, ne? Aber wir sind doch hier langge... Ich habe eine Tür gehört. Ich habe eine Tür gehört. Ich gebe uns ein Zeichen. Thomas Müller. Da schon wieder. Das war aber diesmal hier hinten noch nicht mal. Ich nehme ein Buch mit. Schade ist, dass wir die Tür nicht sehen, ob sie zu oder auf sind. Ja. Das war auch gerade so meine Danke. Aber dann müsste Kalli halt mal gucken. Guck, ja. Das Telefon habe ich da hinten sehr laut gehört. Die Kalli jetzt sind... Hä? Ach, rennst du wieder? Da hinten ist er. Der kommt gerade zu uns, zu dir. Ja, ich habe es gehört. Er war auf jeden Fall hier hinten gerade. Hier habe ich den gerade zu... Schon wieder Telefon. Jetzt aber wieder sehr, sehr leise. Ich denke, der ist von hier drüben gekommen. Leute, aber ihr gebt mir recht. Oh, da unten war das Telefon laut. Oh, der hat wahrscheinlich mehrere Räume. War hier auf? Das war auf? Lies auch auf. Ja, er lief auch hier gerade. Gut, ihr Lieben. Ich gehe mal kurz in den Van. Das wird hier noch ein bisschen länger dauern. Dann bin ich mal kurz auf Toilette. Dann könnt ihr die Kalli beim Laufen noch zusehen. Weißt du, wie das läuft? Ich habe schon wieder eine Tür gehört. Wird so laufen. Mein Hirn wird runterknockeln. Dann wird er aktiv und ich bin... Ja. Hanna, hast du noch ein paar Tabletten? Eine nur noch. Ich sage dir gleich, wie viel du noch hast. Verschlossen, die Tür. Auf jeden Fall oben irgendwo, aber das dauert... Du hast 26 Prozent. Alter! So, ich bin mal kurz weg. Okay. Kaffeetassen außen. Waddelmann. Will der nicht mehr rein? Ich habe Angst allein. Nein, das ist so eine Sache immer. Geht ich, Ico? Ja. Das ist ja noch gar nicht passiert auf der Tafel. Was ist denn da los, Kadi? Was? Na ja, weil... Und so. Pillen und so. Und so. Ehehe. 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 Das kriege ich niemals hin. Ehehe. Doch, das schaffst du. Das schaffe ich niemals. Ehehehe. Ehehehe. Nimm mal die Kloschüssel, die du immer nimmst. Ja. Ehehehe. Ich will da nicht rein. Warte mal. Wo sind meine Pillen? Okay, ich muss kacken. Habe ich einen Pillen? Hehehe. Toll. Ich krieg total die Beweise hin. Weis? Mit den Geräten, die ich dabei habe. Wie wunderschön, setz dich noch hart Allah. Wo ist das? . Ja. Definitiv. Ich habe einen F2-Aufschlag direkt vor mir. Ich habe einen F2-Aufschlag. 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 Ich habe einen F2-Aufschlag gemacht. Hat mir gefallen. Ich habe einen F2-Aufschlag. 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 Mit leise. Jetzt... Wollen wir den einfach eingeben? Ne. Warum nicht? Das Ding ist, bevor der mich umgebracht hat, hatte ich ja ein Parabol-Mikrofon. Und dieses Machst du das bitte noch einmal? Okay. Ja. Sehr, sehr schön, ja. Und dieses BÄ heißt, der Geist ist jetzt laut, ja, wenn er BÄ macht. Vielleicht hat er einfach nur gekotzt. Ja, aber vielleicht kannst du es auch nur hören mit diesem Teil und im Endeffekt ist das Ding leise am Jagen. Also, hm. Und die hat zur Zeit diese Schüssel in der Hand. Ach. Ja. Das Problem ist, das Telefon ist aber an verschiedenen Orten auch angegangen. Einmal da hinten, wo ich die ganze Zeit stande. Dann oben irgendwie. Ich finde die auch leise. Amja, leise. Ist leise. Jetzt reagiert er gar nicht mehr. Weil ich draußen bin. Tja, Adi. Das wird nicht... Du musst nochmal reinmüssen. Hallo, jeder muss ja den Knopf drücken. Da finden sich bestimmt die Freiwillige. Jeder kann noch einen anderen Geist geben. Na klar. Mal gucken. Wie viele haben wir jetzt mittlerweile, Geistern? So einige? Die haben häufiger paranormale Geräusche von sich. Das war ja mal, das Ding. Das hat, äh... Smithy. Ja? Das war jetzt oben. Bin ich mal... Ich geh nicht mehr nach oben. Das geht nach hinten aus. Das war jetzt hier oben. Ach, ich nehm ich. Nö, nö. Der Raum dürfte es eigentlich nicht sein. Der müsste... Der hier. Der müsste es gewesen sein. Ja. Na, den Knopf drücken. Mensch. Da haben die ganzen Schüler ihre Notizheften hier gelassen. Also, wie ihr sagt, ich werde da bestimmt, ja, äh, geht nach hinten los. Ja, bei uns ja auch, ne? Bei uns ist es auch nach hinten losgegangen. Lumi hat ein Brett vom Kopf bekommen. Das kann sich mal so stehen, ja? Und ich hab Pop-Pop-Reiter gemacht. Äh, ja. Die Screenshots sind... Nice. Die sind echt nice. Will er nicht nochmal rein? Was soll ich denn da machen? Und du wirst Fürsten sein? Ja, hab ich. Beschütztes Lumpetze hab ich gar nicht. Und hier, deine Fans im Kölngrin. Wir haben jetzt mal stahlhartes Gameplay, ne? Aber sowas von stahlhart. Jetzt kannst du mal zeigen, dass du hier so ein bisschen, ne? Ich will sie jetzt in den Mund nehmen, weil, wisst ihr? Habt ihr schon die Tür gewählt? Ich bin gerade oben, wenn du, äh, äh, rechts lang gehst. Also der, äh, rechte Aufgang. Und wenn du oben bist, dann die zweite Tür von rechts. Also rechts rein, ja? Ja. Ja. So hab ich das nämlich gerade wahrgenommen. Aber ich mach jetzt mal, weil das Kaffeebläschen drückt ein wenig, also werd ich mich jetzt... chillen lassen. Von mir aus. So wird's nämlich kommen. Ich hab nicht so viele Slopplätze, um alles da reinzuhauen. Die Frau sappelt zu viel. Du müsst ihr auch abnippeln. Nehmt euch. Ja. Genau, Tizzy. Und mich auch noch. Wartet. Er läuft. Tief. Tief. Er ist hier oben nicht. Da kommt gleich der Truppe hoch. Er ist hier oben nicht. Wo ist er? Also auf der rechten Seite oben ist er gerade gar nicht. Echt komplizierter geworden, oder? Der Geist ist wieder mal mit einer Runde kompliziert. Der hat aber eine volle Leiste. Gut, jetzt hat er gehört. Also der war bei einer 10er Aktivität. Ich hab ihn rechts nicht gesehen. Da wo Kalli gerade ist. Da wo er geklingelt hat. Und ich bin gerade hoch und runter gelaufen. Ja, war aber relativ fix aktiv. Kaum rein. Ja, ganz. Das hab ich jetzt aber auch nur gekriegt, weil die Tür ins Schloss gefallen ist. Und dann, ja, komisch klickt. Da weiß man, die ist abgeschlossen. Ja. Von daher hätte ich das jetzt gar nicht mitgekriegt und ich wäre rumgewandert. Hallo? Ich glaub, wir stellen mal auf Anfänger wieder. Haha. Ja, oben ist... Ich hab keine Ahnung, wo er ist. Der hat mehrere Räume. Toll, also. Soll ich's nicht überlegen und den Knopf drücken? Nö. Oh, die Bahn, ey. Nö. Ja, dass wir nicht selber die Lichter anmachen können. Also ich wurde... Ich war ja für eine ganz demokratische Abstimmung im Chat. Er ist aktiv. Wir lassen die Leute im Chat abstimmen, ob Kali weitermachen soll oder ob man jetzt hier... Oh, ich seh ihn. Jetzt ist er rechts unten. Kann Beutelchen nicht eine Mod-Things machen? Mod-Abstimmung? Ging da nicht irgendwas? Da hab ich nicht irgendwas eingestellt oder noch nicht? Hey, jetzt kann man von rechts unten. Vom Eingang. Ich kann nicht sagen, woher er kommt. Thomas Müller! Ich bin der Ernst. Thomas, 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 Thomas Müller! Martin hat besser gepasst. Gib mir ein Zeichen. Ich weiß jetzt nicht, ob er von einem von den Klassenräumen hier kam. Er ist gefühlt gerade vorne überall oder in der Bibliothek. Ob er in der Bibliothek rumgeistert. Wie alt bist du? Das klappt beim ersten Versuch nicht. Bibliothek! Erste Tür rechts unten. Da kam er gerade her. Ganz, ganz hinten in der Ecke. Ich glaube, Lumi probiert gerade die Abstimmung, oder? Ja, ich bin zwar so, wie ich sie kenne. Warte mal. Er ist oben. Auf jeden Fall kam er hier von der Bibliothek hinten. Ist er fertig? Also ich vernehme ihn gerade nicht. Ich bin ihm aber auch nicht gefolgt. Er war oben. Siehste, Beutel. Genau, wir hören jetzt alle auf Beutel. Das schaffe ich niemals. Also ich habe ihn jetzt auch noch gereizt. Ich habe mich hier drin aufgehalten. Puh, dass die Tür zugeht. Da kriegt man das wenigstens mit, wenn er aktiv ist. Ich schaffe das nicht. Ein bisschen dahin, wo er ist. Und da noch ein Buch reinlegen. Kamera. Box. Ja, du könntest eigentlich alles reinschmeißen. Dann könnte man gucken, ob man als Geist alles anschauen kann. Ich komme wahrscheinlich noch nicht mal in die Nähe, weil mein IQ bestimmt auf 0% ist. Er ist ja sofort aktiv, wenn ich hier reingehe. Gut, aber was für einen Geist würdest du denn tippen? Aggressiv. Definitiv aggressiv. Lass dich mal kurz unterbrechen, Kalli. Heliga, guck mal. Vorhersagen? Ja. Siehst du das? Ja. Das ist das, was ich meine mit dem Vorhersagen. Also so kannst du, kannst du, kannst du, kannst dir da Sachen selber überlegen. Du kannst da auch Sachen abspeichern, sag ich jetzt mal, die du immer machst, sag ich jetzt mal. Hm. Wenn man draufklickt, sagt man, die Kalli soll alleine weitermachen. Und dann, du hast dann zwei Antwortmöglichkeiten. Ich sehe mich nur gerade einmal. Mit Ja und Nein. Also ich glaube, Mods können da nicht teilnehmen. Ah, jetzt sehe ich es. Abbrechen, ihr Lieben. Abbrechen. So, du kannst da auch einstellen, wie lange die, äh, diese Abstimmung gehen soll. Ich habe jetzt mal zwei Minuten gewählt. Hm. Hätte er zum Wort aber zwei Minuten. Und nach zwei Minuten, äh, bricht er dann ab. Und dann steht das Ergebnis da. Okay. Beziehungsweise, beziehungsweise ein Moderator muss das dann auflösen, mehr oder weniger. Und das Ergebnis dann bekannt hier. Was steht hier? Und so können, äh, die Leute quasi mit ihren Kanalpunkten, die sie jetzt, äh, äh, bei dir sammeln, äh, Ja, genau. Die halt einsetzen für, für sowas und die halt verdoppeln oder je nachdem, wie viel sie setzen wollen da halt, ne? So kleine Spielchen spielen halt. Ja, genau sowas meinte ich auch. Ja. Ne, Beute, tut mir leid, das hätte ich vielleicht eher sagen sollen. Ja, Beute, du bist raus. Doof gelaufen, ne? Da musst du dir, da musst du dir, da musst du dir wahrscheinlich jetzt einen Split-Account machen. Mit T-Saugen goes home oder T-Saugen to go. Oder, 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 oder Zwergi nimmt dir das Butter-Messer weg, da kannst du dir auch wieder, äh, äh, abstimmen. Das Butter-Messer bleibt schön drauf. Du hast eh noch Punkte. Allein. Wer hat Punkte? Ah ja, fünf Millionen Kanalpunkte halt so wie du, ne? Ja. Na, sieh sie. Ach so. So, und wo ist das Ergebnis? Ja, wo ist es? Warte. Ja, da ist noch nicht rum, oder? Doch, ich seh's nicht mehr. Ja, warum das denn? Wo machst du? Ich glaube, er ist aktiv. Ja, ich bin drin. Was? Warum bist du drin? Ah, jetzt ist er hier hinten, neben der Bibliothek und hängt. Hier hängt der Trottel. Das Ergebnis der Vorsorge ist, nein. Okay, Kali soll nicht weitermachen. Er hängt, Kali. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich sag mal, er hängt. Du hast Glück. Er ist doof. Gut. Ich glaube, wer wieder fertig ist. Jetzt fertig. Ich bin fertig. Hier bin ich. Danke. Es hätte mal so oder so nicht geschafft. Im Endeffekt, ja. Keinen Beweis irgendwie herausfinden können. Niemals. Ups. Er hat dir nix gebracht. Hi, Schattenwolf. Also, was, hau mal rein. Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Es sind doch eh immer ein und dieselben Geister, ne? Welche waren das denn immer? Dann wählen wir einfach bei denen. Oder so. Uni war es doch immer, ne? Uni war dabei. Mare, Dämon, Uni, glaube ich. Okay, das Licht war ja an. Mare, glaube ich, das Licht war ja an und die war ja aktiv. So. Oh, verdammt. Wir können auch nix eingeben. Ja, ja, gar nichts. Ah, gut. Was nehmen wir denn? Die Viertemperatur hatten wir nicht. Geisterbuch, keine Ahnung. Er war sehr telefonlastig. So wie eigentlich alle anderen. Ich hab keine Ahnung. Bei der Auswahl mit keinem einzigen Hinweis. Nehmen wir doch einfach mal auch eine Gefriertemperatur, weil Lumi hat ja irgendwas gesehen. Ähm. Dann reicht... Ich mach die Augen zu und tippe irgendwas an. Box und... Ich hab'n Handschuh. Was? Du hast eine andere? Glückwunsch. Und du, was haben wir? Was ist das? Das ist gar nichts. Haha. Ein Orb. Was ist das? Ein Orb ist auch nicht. Meine Kombo, die ist kackig. Was ist denn eine Uni? Na, ob das so gut ist? Ähm. Kein Geist? Eine Kombination? Äh, Lumi, hattest du um ein D.O.T.S.? Dotz? Nicht wirklich. Also ich hab' auf Dämon getippt. Dämon? Ich nehm' Uni. Ich nehm' Shade. Äh, wegen der Dämon-Rate. Ähm, EMF. Der ist nämlich sehr aktiv und ein Uni ist sehr aktiv. Ich bin mir aber da unsicher. Der war auch jetzt gerade ne ganze Zeit nicht aktiv. Danke, Beutel. Wollte ich dir zugehören? Ich... Seid ihr fertig mit Eintippen? Ja. Oder braucht ihr noch ein bisschen? Ich bin fertig. Alle falsch. Ja, moin' Gut. Das war mein... Das war mein Griff ins Klo. Geht's dann weiter. Ja, definitiv. Und nächste Folge. In der Mitte. So, jetzt bin ich aber kurz... Ich bin gleich wieder da. Mach das. So, ich packe mal mittlerweile hier so einiges rein. Und kaufe mir paar Sachen. Äh, UV-Licht. Kamera besorgen wir uns noch. Das besorgen wir uns noch. Guzifix. Das machen wir noch schön. Eigentlich könnte ich so viele kaufen. Warum kaufe ich das nicht? Okay. Okay. Hier einmal Salz packen wir rein. Das hatten wir schon. Das hatten wir einfach so. Eigentlich könnte ich richtig viel reinpacken. Ach, die Kalle hat noch nichts ausgewählt. Hm. Hi, René. Mensch, das war aber auch Gespenst. Aber Gespenste waren ja nie so... Komisch. Sehr strange. Ach so, das war Lumis Foto. Ich hatte 230 Körbe. War das so wenig? Oh. Ähm. Ja. Und wieder hingelegt. Darfst du eh nicht. Ach, schade. Ich wollte es noch greifen. So viel Mein-Kopf. Oh, ja. Apropos Mein-Kopf. Die müssten mal langsam wieder Beutelchen ins Burj weiterbauen. Die Beutel-Burg, die immer noch auf ihren Abschluss wartet. Bauabschluss. Mal schauen wir mal. Vielleicht werden wir Dienstag bis hier das mal weiterführen. Na, da ist er. Wow. Mein To. Und, ja. Ja. Im Kopf gab es dann eine neue Version schon wieder. Die 18. War das eine 18er-Version? Lomi versucht sich immer noch irgendwie als Basketball-Genie. Klappt aber nicht. So ein Mop-Zwerch. Das hat jetzt ja lange gedauert. Wir sind ja immer noch nicht fertig mit dem Labyrinth. Ich pflichte mich so ein bisschen vor dem Labyrinth. Da wollten wir ja sehr viele Technik-Teile einbauen. Ich spiele mit einem Freund zusammen. Wir spiele. Wir haben schon sehr viel gebaut. Wieder da. Wir hatten eigentlich... Oder besser... Ja, naja. Wir haben eigentlich auch sehr viel schon... Na ja. Halbwegs viel gebaut. Wir wollen eigentlich noch viel bauen. Wir wollten ja noch ein Atlantis bauen. Gott. So, was soll ich hier jetzt hier noch reinhauen, damit es schneller geht? Eine Map vielleicht. Hab ich auch. Ach so. Was ist alles drinne oder soll ich noch irgendwo was reinhauen? Guck nochmal, ob du irgendwas... Also ich habe nur zwei Tabletten reingepackt. Die Beutelburg wird noch sehr lange gedauert. Das wissen wir ja eigentlich. Weil wir ja noch sehr tief graben wollten. Aktuell ist erst die 1,17 draußen. Gut, ich glaube, ich müsste auf ein... Und ich glaube, das habe ich auch. Beutelchen hat nichts gebaut. Sie standen nur daneben. Beutelchen standen nur daneben. Anfangs war die Kali-Mitarbeiter, habe ich das Dorf gebaut. Und seitdem habe ich dann die Burg gebraucht. Die Burg. Die Burg. Die Burg. Burg. So. So, auf, neues Glück. Gerne. Gut. Eine kleine... Gumi ist so steh. Äckst du was aus? Nee. Meinst du? Auf jeden Fall will sie, hinter wen ich jetzt nicht lang loswerden. Eingeschnappt. Heute steht für den Geist EMF. Es ist ein Michael Taylor. Ah, ich nehme wieder Fieber. Du, wieder. Oh Gott, feiern wir wieder in einer Lade. Ah, ah, ah. Finden Sie Beweise oder da? Blah, alles klar. Kann ich sagen, blah. Gut, das ist das übliche Protest. Zähdere. Funktioniert wunderbar. Tade los. Klasse. Hm. Schön. Na dann. Dann wollen wir mal auf den Dünnen. Ich wollte gerade sagen, kennen wir das Haus? Ja. Ja, kennen wir. Die leuchten, sagen wir was. Rechts und links. Oh, nicht das. Hallo. Guten Tag. Hier liegen Knochen. Wollern du Knochen nicht haben? Alter. Ist noch gegen die Tür gelaufen? Wird wahrscheinlich irgendwo unten im Keller vielleicht sein. Wo bist du? Bist du jung? Bist du ein Kind? Dann mach ich mal wieder zu. Oder du gehst da nochmal rein? Ja, schüchtern. Ab nach unten. Soll ich uns Licht anmachen oder lieber nicht? Hm, ich weiß nicht. Ich mach mal an. So. Wo bist du? Ich will nicht immer alleine irgendwo sein. Alter, du hast die Box. Willst du zumachen, du mir hier. Wir haben Licht. Wir haben Licht. Denk dran. War da gerade eine Tür oder war das? Das war ich. Ich hab die Tür nicht richtig aufbekommen. Ähm, hier. Im Schlafzimmer. Lampe ist auch ran. Dreier. Dings. Wie alt bist du? Er hat die Tasse ungeschmissen. Bist du ein Kind? Treibe ins Buch. Wo bist du? Liegt es mal ja auch mit drin. Auf jeden Fall hier. Gut, dann wollen wir unser Zeug, ne? Fieber-Termode hinterlasse ich auch hier. Ah, draußen. Ja, ich auch. Ich hoffe, mein IQ ist noch in Ordnung. Ja, wir beeilen uns einfach mit hinstellen, aufstellen. Ola, Enta. E, Enta. Warte mal. Wie alt bist du? Geisterbox. Ich hab' ihn aber auch nicht verstanden, ne? Hat er gerade old gesagt? Fünf! Aber volles Rohr fünf. Immer noch fünf. Äh, fünf und Geisterbox. So. Wir haben Geisterbox und EMF fünf. Oh, das Bild und Gespenst. Die schon wieder. Hilda, ich glaube, dein IQ ist absolut... Danke, Thomas. Wir haben jetzt noch eine Kamera da drin, oder? Ich hab' gerade nur eine Kamera. Lass mal kurz gucken, was braucht Spirit und... Gespenst. Gespenst braucht dieses Dots und Spirit braucht Geisterbuch. Was? Buch ist drinnen. Dots. Weiß ich nicht. Ist es dieses Teil, was man an die Wand pinnen kann? Ja. Zwei Stück rangehauen. Aber wie sieht man das, dass da was passiert ist? Weiß es nicht. Woher kann man sehen, dass es ein Beweis ist? Weiß nicht, vielleicht muss man daneben stehen. Du musst wahrscheinlich so eine Kamera in der Hand nehmen. Und dann, äh, das beobachten. Du siehst es wahrscheinlich auch durch die Kamera. Aber wir haben eine Kamera da postiert. Ja, ich hab's gesehen, ist eine Dots. Das ist wie, ähm, wie nennt man das? Oh, für die... Das ist vergessen. Das Teil mit der Playstation, wo du Ganzkörper-Dings machst. Hab ich auch grad hier sehen. Du bist ein Gespenst. Äh, fertig. Nice. Ja. Das ging jetzt schnell. Definitiv. Ja, der ist grad richtig aktiv. Dabei sind wir gar nicht drinne, höh, höh. Dass ich die Beine gleich mit ihm umhabe. Ja, guck mal. Äh, ja, ja. Der rennt da hinten. Sag gerade dann nach außen, ne? Ja, ja, der läuft da hin und her. Oh. Bitte in die Kamera rein. Wie geht's euch so? Och, Inter, so ein bisschen müde. Müde und K.O. heute. Aber soweit alles in Ordnung. Kari, du sollst nochmal rein gehen. Nein, mach ich aber nicht. Und den Geist um ein Date bitten. Nein, mach ich aber nicht. Und machen Koto gleichzeitig. Warum? Eigentlich nicht. Nein. Hier sind noch Räucherstäbchen. Nein? Mama, das kannst du ja machen. Mama. Ich hab ein Foto gemacht. Naja, ich hab... Ich bin ganz optimistisch, dass sie das beide schafft. Du hast... ... die Hosen voll. Ich stutterst. Oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ist... Ist der Fleischer, glaub ich. Wir genießen es. Komm, wir machen mal die... Wir gucken der Kalli mal zu. Wollen wir dich doch Pillen nehmen? Nee, bringt ja nichts. Ich gar nicht. Ja, bei 53... Ja, nee, das bringt ja nichts. Oh, nee, Lumi ist 51. Michael Taylor, ne? Ja, Michael Taylor. Er hat das Teil von der Wand geholt. Diesen... Dotz, T-O-B-H-D-O-T-S... Bla, bla, bla. Hat der? Ja. Das liegt jetzt auf dem O. Er hat mir jagt. Ganz schlecht, Lumi. In der Ecke zu sitzen. Lumi hat's erwischt. Hat das mit den Bräuchern geklappt? Nein. Noch nicht mein Foto. Doch nicht mein Foto. Nein, dann sind wir fertig hier. Noch nicht immer ein Foto. Halli. Ja? Foto und Räucherstäbchen. Nudelus, äh, loser Fotos. Ich habe geräuchert. Was? Was? Ich habe geräuchert. Hat er das erzählt? Nein, leider nicht. Wer war ja auf dich fixiert? Sau. Hm. Äh, Thomas mit, äh, Qualität unterschrauben. Funktioniert das nicht? Läuft mal heute wieder. Aber sonst, Thomas, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Schade, dass es heute bei dir nicht so gut läuft mit Twitch. Dann würde ich sagen, genieß noch den Sonntag. Schöne Woche dir. Wir hören uns Dienstag. Geht die Kali jetzt wieder rein? Mach mal die Räucherstäbchen an. War das jetzt Rechtsklick oder F? Äh, F, glaube ich. Wie wär's mal mit Tabletten nehmen? Nein. Hab ich's geschafft? Nein. Räucherstäbchen haben nicht funktioniert. Sollte sie sich verstecken. Let's go, Kali. Wenn die Tür zu ist, dann ist sie zu. Er ist noch aktiv. Ja, jetzt kannst du raus. Komm schnell raus. Der ist wieder aktiv auf 10. Oh, jetzt ist er wieder rein. Alles in Ordnung. Er hatte nur einen kleinen Schwung nach oben. Hat es geklappt? Wieso nicht? Ich stand da noch vor der Tür. Aber der hat irgendwie eine andere Tür. Verjagen sie während einer Jagd einen Geist mit Räucherstäbchen. Du hast ihn nicht verjagt. Ja, weiß ich, wann er denn mal vor mir steht. Let's go. Und den Tabletten. Ja, aber da ist er ja nicht aktiv. Dann steht er die ganze Zeit da, bis er aktiv wird. Alles klar. Alter. Sorry, falscher Knopf. Ich wollte sie gerade anmachen. Was ist hier? Geh vor deinem Raum. Jetzt sind wir uns aktiv. Ich habe Geräusche. Verdammter Mist. Ja, schön. Ist noch aktiv. Doch nicht. Komm, ich habe jetzt noch ein Foto gemacht. Ah. Ich glaube, das Geisterfoto habe ich gerade nicht hinbekommen. Der stand aber doch da. War im Zimmer, glaube ich, gewesen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, der stand da noch in der Ecke hinten. Gut, das Einzige, was wir nicht haben, ist Geisterfoto. Ich bin dafür, dass wir einloggen. Nein. Toll. Aber du hast geräuchert. Das hat was bewirkt. Ja, ich soll ihn daran hindern. Es hat nichts gebracht. Doof gelaufen für dich. Ja, würde ich auch mal sagen. Ich logge ein. Mach mal. Ja. Ja, mach. Okay. Abfahrt, genau. Pass auf, jetzt ist es irgendwo ein Uni oder so. Ich bin's eingegeben. Ja, doch. Ich hätte noch die Kali abfotografieren können, aber naja. Ja, ja. Ja, ja. Er gibt halt kein gutes Model, genau wie Lumi, also. Was? Oh, warte. Oh Gott, das will. Oh, 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 oh. Ich glaube, ich bin jetzt wach. Ja, guten Morgen, ne? Guten Morgen. So. Ich hab's. Ich glaube, ich hör Lumi über das Spiel auch noch. Deswegen entferne ich mich mal kurz. Ich dich auch. Ja, ich entferne mich ja schon. Guck mal, da liegt er. Ganz entspannt mit dem Kopf halbwegs auf dem Bett. Ja, ein Stück unterscheiden. Wir fügen noch hin. Nee, wartet mal. Aber das war wohl so ein bisschen die verschwommenen Bäder, ne? Ja, so, ich hab ja hier... Na, die Bäder sind verschwommen, wenn du fotografierst. Außer das Todesfoto von Lumi, das ist scharf. Ist doch ein Scharf. So, so, so. So, Kali, wie sieht's aus? Rosig. Echt? Ja, ja. Total rosig? Ich glaub, du hast da was in der Nase. Oh, gleich. Boah. Guck mal, hier liegen die ganzen Sachen, die wir haben. Das ist aber eine andere Taschenlampe. Das ist keine UV-Lampe. Ja, es steht UV-Lampe drauf, aber die haben wir gar nicht. Hallo, Lumi, du musst einen auf bereit machen, sonst geht hier bald gar nix. Das ist ein kleiner. Oh, ja, okay. Gleht das gerade? Ja. Ja. Was hast du da eingestellt? Sag mal. Ich hab gar nichts eingestellt. Oh. Nicht schlecht. Ja. Genet lässt grüßen. Beutelchen. So, was haben wir denn? 25% IQ brauchen wir, EMF-Reader, Gruzifix, es ist eine Susanne Robinson. Oh, das hat gerade, wow, Asylum. Ja. Kein leicht gehast. Ja, das andere wäre, naja, wieder dasselbe Haus gewesen, das wäre doof, oder? Nee, alles in Ordnung. Wird nun Spaß, den Geist zu finden, wenn er genauso schwer ist wie bei der Schule. Ja, das glaube ich auch. Wieso, Zen? Ach, da muss Lumi ran. Das ist sein Gebiet, wie Susanne. Toll, Lumi. Super gemacht, du hast deine Kopfkamera nicht reinerhauen. Das habe ich nicht reinerhauen. Oh, jetzt bist du aber sehr leise. Spiel nach, Sauna. Was? Was? Das ist zu leise, Lumi. Eigentlich kannst du so bleiben, ist alles in Ordnung. Was? Das ist zu leise noch, aber man kann dich hoffentlich noch verstehen. Muss der Shad eigentlich mal sagen. Shad, hört ihr den Lumi? Müsst ihr aber nicht. Wer gerade gleich die Tür hört. Ein Bildung. Ich glaube, das war eine Ein Bildung. Dann bin ich ja beruhigt. Aufteilen oder zusammen? Am... Höh? Hast du es gelesen, ja? Was? Mach mal, was Tessi geschrieben hat. Ich weiß nicht, wovon du redest. Das ist meine Königin. Das ist meine knuffige Königin. Warte, 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 warte. Oh, warte. Na... Klingt halt... So. Weiß nicht, wovon du redest. Wow. Wow. Hast du das gesehen, Tessi? Ist das bösartig? Hihihihi. Und Mutti, Mutti, ja, musst du. Nein, musst du nicht. Ich kann ihn auch in den Bibelschannel ziehen. Haben wir einen Bibelschannel hier? Ja. Der exerziert noch. Beutelchen, du bist halt auf der falschen Seite, ne? Du musst eigentlich auf meiner Seite sein. Und dann geht's in den Warum-Channel. Ja, dann geht's in den Warum-Channel. Wird durchgereicht. Guck mal, Lumi geht alleine jetzt. Echt? Oder er ist einfach stehen geblieben? Oder er ist stehen geblieben? Mit euch zu reden gehe ich nicht mehr. Da gehen die Türen zu beim Abhauen, ne? Man wird hier opfert. Du hättest sagen sollen, ich komme hinter dir. Ich hab's nicht gesehen. Junge, Junge. Um Mutti. Waschbecken. Genau, Tessi. Es ist ein Fieszwerch. Ein kleiner Fieszwerch. Würde mal du mir nicht hier so rumweinen? Könnte ich dir sagen. Ich glaub hier rechts, ne? Rechts. Könnte aber auch unten gewesen sein, ne? Aber wir gucken mal hier. 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 Voll die Tür, Mann. Ja, wir haben den Raum gefunden. Genau. Nee. Er schmeißt sie sogar. Was? Nee? Andere Seite. Hier ist Minus. Null, 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 null. Ja, Waschbecken ist aber hier an. Ja, in der Nähe macht er Waschbecken an. Schreibe ins Buch. Wie alt bist du? Bist du in den Raum? Fragen, nicht in den Raum. Wo bist du? Da, geh da in den Raum. Danke dir, Schattenwolf. Ach, geh da drinnen. Wie alt bist du? Bist du ein Kind? War du Tüger zugegangen? Das war ich. Willst du Lumi töten? Hast du Bock auf Lumi's? Hast du Bock auf Lumi's? Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Hast du hier Friertenpatronen, Kali? Ja, das war gefriertenpatronen. War Minus. Äh, EMF, Dreier. Ab Ausschlag. Wir wären auf der rechten Seite dann, Lumi. Hm. Lass Kali reden wegen Date. So, Gefriertemperatur. Ach, okay, der Date wird ja ist halt. Ich glaube, da wird man nicht glücklich. Wird eher eine einseitige... Was war das? War eine Tür. Komm, wir holen Zeugs. Jep. Oh, unser IQ hier runternibbelt, weiterhört. Noch eine Tür. Elia, komm jetzt. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Gut. Ich bin ja schon unterwegs. Auch, ich laufe gemütlich. Ist aber aktiv, ich höre das noch, das EMF. Ja. Ah, Tür ist noch auf. Ah, hier steckst du. Rein da mit dir. Du wie mal. Feigling, ey. Was heißt du, Feigling? Und das soll Meister sein? Nimm mal mit Profis. So, ich nehm wieder die zwei Dinger mit, ne? Und klatsche da überall hin. UV-Licht habt ihr schon? Ich nicht. Ich nehm mal das Parod... Nami, das ist es ja nicht. Ich hab dieses DOT-Gedöns da. Brauchen wir ja gar nicht. Ja, genau, DOT-Gedöns, sag ich ja, Lumi-Mann. Was brauchen wir denn? Na, alles, glaub ich. Ruzifix kann ich noch mitnehmen. Doch, ein Buch hab ich reingepackt, ne? Doch, ein Buch hab ich reingepackt. Ein Buch hast du drin, ja. Na denn? Na denn. Aber cool, dass man jetzt alles sieht. Ohne Kopfkamera, Lumi, ey. Nimm dich. Er ist immer noch aktiv. Ich hör das EMF immer noch. Oder Tinnitus. Fynn. Er ist immer noch aktiv. Ja, es wird nämlich immer lauter. Er hat's aufgehört. Batterie leer. Wie alt bist du? Wollt ich das Guzifix einfach hier rein? Äh, bist du ein Kind? Schreib ins Buch. Wie alt bist du? Ähm. Er hat das Buch runtergeschrieben. Boah, das geht ja gar nicht. Dann leg es auf den Boden, dann bück dich doch und schreib. Ja, wir gucken mal, vielleicht haben wir hier ein Orb. Wo hast du die Kamera hingestellt? Na, direkt vor die Tür. Was da hinter der Tür ist. Gut. Und sonst so? Ja, alles schick. Ich dachte, Lumi packt die Kamera rein, aber naja. Er traut sich nicht. Ich weiß. Guck mal, wie er jetzt, äh, guck mal, wie schnell er auf einmal ist. Ah, wir sind schneller. Oh, erst mal Luft. Durchatmen. Und jetzt zieht er wieder. Hui. Hey, ein D-O-T-Gedöns. Das ist ein Baby. Es ist ein Orb. Es ist gerade aus dem Dings gekrabbelt. Und Orb. D-O-T und Orb. D-O-T ist es. Und ein Orb? Und ein Orb. Da war ein kleines, äh, Leuchte-Dings darüber. Geh mal zu Lumi's, äh, Dings. Kamera. Warte mal. Lumi muss mal kurz. Lumi, geh da mal weg. Ja, danke. In der Mitte von der Kamera. Da, wo es schwarz ist, da flog es rum. Nee. Doch. Also, ich bin der Meinung, nur, ob du das, weil das, äh, Kaddi war ja auch zuerst, da gucke. Nee. Und das ist das Ding. Das, äh, sie war in diesen Augenblick an der Tür. Das ist sie, die man sieht durch das D-O-T-Ger, blablabla. Sie war bei mir. Da, da flog es schon wieder. Nee, das ist der Kopf von der... Da rüber, da rüber, da rüber, da rüber flog sie. Guck doch, äh, guck doch bei mir auf, im Livestream. Da flog es gerade ganz leicht. Ach, sag mal, sag mal, sag mal, sag mal, sag mal, da rüber. Ihr habt's auch gesehen, oder? dieses kleine ding oben und in diesem augenblick krabbelte sie rechts an der tür als das ding in der mitte war gerade wieder oder sie steht währenddessen auf ja so das auch gerade aus dass sie gerade gestanden hat und dann wieder auf alle viere kurz siehst du sie gerade laufen habe natürlich die wand man einfach so aber es ist leicht gespenst oder wollte ich ja du siehst doch eh nie was da da schwebt es ja wobei ich schwebt das flog hier in der dings und da krabbelte sie gerade unten auf dem boden da flogs dann ganz leicht wenn es aber im raum abgenippelt ist müsste der auch eigentlich im raum sein und nicht im flur vielleicht ist ja auch im flur abgenippelt das im ff schlägt vor der tür aus was ist das warum ist es dunkel geworden da da seht ihr da flog es diesmal flog es da ganz ganz leicht was guckt 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 schnell in mein livestream ich habe eine verzögerung drin direkt in der mitte flog es ganz ganz was für eine verzögerung habe ich drin keine ahnung auf jeden fall nee das ist doch da genau um da um dieses leichte nebel was du da als ob sie es ist wenn die da aus dem raum aus rennt ja die renter genau rennt sie ich weiß nicht wo ich denn das und ich habe es jetzt selber gesehen und noch mal bei dir im stream ich habe da nichts gesehen ich weiß ja wie die orbs aussehen also mal ihr kopf der dadurch zu bild jetzt hat mich ja das auch gesehen auch beute und das war nicht die troller das ding flog nach oben wie eine staub wie ein staubpartikel das war ein tisch gerade für ein lichtschein ja gute frage nächste frage ach das badezimmer ja das badezimmer an und ausgemacht war strom die ist ja gerade von links nach rechts und jetzt von rechts nach links die schiete die ist das sind zwillinge ja jetzt habe ich gerade was kleines auch gesehen ganz ganz kurz vielleicht sollten wir da noch ein zwei kammer da wieder wieder da heckt ach man voll krassen auch da schon wieder da direkt da oben dieses kleine licht aber ich finde es lustig dass andere das denn nicht sehen sondern nur vielleicht liegt es auch an dir man wir können ja auch noch da ist nichts oder was da war wieder kurz auf dingsdack nö nix beute ich hier okay du hast auch einen kleineren bildschirm aber trotzdem das sieht man doch es fliegt immer da oben ja doch wo ist der restliche chat leute ich brauche mal kurz eure unterstützung guckt doch mal mit guck doch mal jetzt macht groß bildschirm sogar micha hat es gesehen aber wie gesagt ich würde es ja zwei oder drei mal sehen diesen ort bevor ich sage es ist sie ist fünfmal du schietest das hast du nicht gesagt vielleicht steht die kamera auch ein bisschen weiter weg so dass der ob wenn er seine runden da dreht mal ganz kurz halt in die reichweite dieser kamera kommt vielleicht sollten wir auch andersrum noch eine kamera hinstellen ja mach es mal großbeutel jetzt geht die ab hey das geht ab vielleicht ist sie auch im badezimmer und die kamera steht wirklich ein bisschen weiter weg ja das finden wir nur hier raus wenn wir jetzt da wieder hat ihr das ding abgemacht oder kaputt gemacht oder auf den boden geschmissen da ist jetzt total dunkel die spät wohl und jetzt müsste da ein orb zu sehen sein wie gesagt der orb keine ahnung kreiselt da rum vielleicht vielleicht ist der orb zu weit weg dass die kamera den nicht so nur ab und zu und so noch fünf kameras dahin und dann haben wir den orb da ist er wieder ach da 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 flog er da und da gerade das ist das vieh das war gerade das vieh das war ein orb oben ja das hört's ja das ist ein orb gehen wir mal davon aus wir machen jetzt wohl krass ein orb dann haben wir einen jurei genau wäre ein jurei mit dem orb jurei 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 haben eine stärke Einfluss auf den geist zu schauen vom menschen ja wenn sie den raum des jurei ausreicht haben wird er für eine längere zeit seine Bewegung einstellen ja ich das mir ey warte mal ja Schattenwolf sagt auch ist ein orb alter wie haben wir noch eins hier müsst ihr alle mal zum Betriebsarzt oder sowas und müsst euch mal neue Aschenbecher verkleiden lassen oder sowas sag mal was ist da los hast du dienstags so viel gefeiert oder warum siehst du das nicht so jetzt werde ich das ding direkt gegenüber hinpacken ja so stopp eigentlich ja so so ne ja so ey jetzt ist der orb im dings in der Küche gewesen Pausenraum da hab ich den auch grad gesehen also der der kreisel da so lag ey leuchtet nicht in dem Fluss aber nur weil Kalli sagt sie sieht ein orb und du ja gerade als der Muster der Muster irgendwie im Küchen und im Flur da irgendwie rum schweben können sie da nicht im Dunkeln mal lang klatschen mein Gott mach doch mal die Leuchte aus so und ich werde ding weiter hier hinpacken ich glaube ich hab sie gerade krabbeln sehen guck mal da lässt er mich alleine ohne zu sagen ich geh jetzt das wollte ich machen das wollte ich machen wollte ich den einfach mal größer machen größer ziehen hat er echt die Tür gerade zugemacht also das ist jetzt die Kamera die auf der anderen Seite halt positiviert wurde dann mach doch mal deine futzel aus wartet das ist die wo wir den Orb gesehen haben hier hab ich den da ist er wieder gewesen ich hab gerade nichts gesehen ja Beutelchen aber du kannst ja kurz das den Chat ausmachen der ist die ist da echt hinter der Tür so ne mit ihrem Orb gedöns kann sein dass ich gerade den Orb leicht hinter der Tür gesehen habe ja flog gerade von links nach rechts nein das war die Geistertroller das ist die Geistertroller wie oft denn noch da ist wieder der Orb da oben da schwebt er siehst du den Luki der ist sogar jetzt länger da gewesen ja und er fliegt immer noch über diesem weißen Ding was da ist bei mir fliegt er nicht mehr dieser Orb aber die muss hinter der Tür da irgendwie ihren Orb haben ja jetzt sehe ich ihn wieder hinter der Tür verschwunden wieder über dieses dreckige weiße strahlende Ding aber ich sehe gerade auch kein Orb das ist ein Orb Micha auf jeden Fall ein sehr sehr großen ich glaube der ist größer als ne 1080 aber gerade da nicht weichen und da flog es schon wieder Leute da da fliegt es wieder in der Region da schon wieder er ist definitiv Orb warte mal ich gehe mal ran damit das Beutelchen mal sieht hier in der Region fliegt er die ganze Zeit da ist wieder da da flog er wieder da flog er schon wieder da flog er schon wieder ist ein Orb ist das Zustand ui und dann hat er Pillen genommen ne ja dann sollten wir warte mal eine durch ich glaube schon was war denn kann man dann noch hübsches mitnehmen sehr schön jetzt hat das Beutelchen auch gesehen ach schön was war denn noch ja geistes Zustand müssten wir alle rein ne ja lass mich mit ähm gute Frage nächste Frage eigentlich brauchen wir ja nichts mehr in Kamera fotoapparat und der Orb war auch in diesen Gang drin ja hätte ich noch mal Beutelchen zeigen sollen und mich vor die Kamera auch noch hinstellen müssen hier Leute bei der Arbeit voll da komme ich ja mit einem Gutapparat geht Logi schießt sie schon warte mal sind Jura nicht gut bei der Jagd weiß es gerade gar nicht hab sie gerade gesehen hast du gerade raus ich glaube das bringt nichts wenn du sie so fotografierst oder so nix wollen wir jetzt einfach nachgucken so hinterlistig wie die Geister geworden sind so warte nee kein Geisterfoto aber Mitarbeiterfoto BAMS ich bleib mal lieber auf Sicherheitsabstand das sollte ich auch machen tschüss Lumi tschüss 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 wir müssen noch ein bisschen drinbleiben wegen den 25% ne ja wie war der Name äh Suzanne Robinson echt Suzanne man na weite Flamme Mensch alles schick lass mal kurz gucken was wie weit wir sind im IQ oh ich bin bei 70 85 eigentlich alle bei dem Kruzelfix in der Tasche stecken nein mhm nein das würde ich jetzt so sagen das habe ich hier gefunden ja ja ich auch ich finde auch gleich Dinge ich weiß nicht wovon du redest guck mal das ist eine Taschenlampe mhm ich wollte ausmachen wovon ich hin komm du mir mal in die Wohnung nochmal ne da müssen wir ganz dringend mal reden ich war das nicht x gemacht und wir schauen mal ja jedenfalls ist gut aktiv da drin waren wir ja gut schnell hier von ich bin ja entzückt ja besser als ach Carly wir beide wieder ne ach schlimm ich glaube wir müssen da hin wo sie rumgeistert echt weißt du das ja na guck dir doch Jumi an der ist ja jetzt auch bisschen weiter runter naja er guckt doch nicht jedes Mal nach also ich gehe nicht so weit weil ich habe kein kurze gefixtes ne ist klar ja gut was Susanne hat die überhaupt mal aktiv gewesen die Susanne heut ich hier in Carly streamt so selten dass ich jedes Mal die Mod-Einstellung vergesse wie die aussieht Carly muss immer noch das Horrorspiel zu Ende spielen ne älter Finne hm apropos Carly was es gibt ein Alien Spiel Alien Fire das Alien das Alien ja ähm muss ich nochmal nachgucken das kann man auf jeden Fall als Multiplayer spielen ich bin mir aber jetzt unsicher ob es ein Online-Koop ist mit anderen Personen deswegen vielleicht eventuell ja ist ein Alien mal anschauen irgendwas mit Alien oh Gott was wie war'n das Alien äh irgendwas mit Fire ich weiß was du meinst ja ah Lumi weiß es weiß er es ist jetzt erst vor ein paar Tagen rausgekommen hm genau das ist brandneu brandneu das hat so ein bisschen was von Alien wie aus dem Film so ein bisschen soll das nicht Alien sein? ey das muss Alien sein sonst spielt das nicht es muss das Alien sein so ein Abklatsch von Alien ich weiß nicht ob es das Alien ist in dem Sinne es muss das Alien sein mit der genau Helmut aber von Dings her äh von der Optik her sah es schon sehr nach Alien aus ja also ich hab das viel einmal gesehen das hat einen leuchtenden Kopf mit grünen Punkten halt drauf äh das leuchtet mhm mhm das sah so ein bisschen aus wie die Viecher hier bei Alien Colon Colonial Marines der Multiplayer aha da hast du auch verschiedene Aliens gehabt ich glaub das mit dem Date klappt bei Kali nicht ist ein Online-Konaut also du bist ein Weibchen Mann ja ist ein Weibchen die möchte Lumi haben ja wir haben immer noch 45 durch Multi so sieht's aus sie ist nur lieb zu mir wenn sie Leuchtemumel bekommt wie gut sind wir dabei 61 Kali ja sorry aber ja ich mein das Alien Fireteam Elite also ist es ein PvP ich frag für'n Freund aber ähm da gibt's ein viel besseres Spiel was Kali spielen könnte und zwar ist das BUM Simulator was B B U M das wollte Kali schon seit ewig machen Ewigkeiten machen und ich mach den Priester Simulator ja das wollten wir machen vor paar Jahren schon jetzt endlich draußen das ist cool ich hab das ich hab das gestern gestern hab ich das gesehen beim durchgucken so ein bisschen und ich muss mich da jetzt kaputt lachen ich muss da also ich will jetzt nicht so viel verraten aber ich muss da Leute anpissen Terror verbreiten in der Stadt ja ja das ist viel cool wie gesagt das wollten wir vor langer Zeit mal machen ob sie ist abzunehmen ja gut wer hat sie fertig jetzt hat sie fertig auf jeden Fall bei diesen Simulator da wollten Kali und ich mal früher dieses Projekt starten sie macht die BUM Simulator ich den Priester Simulator und dass es dann zeitgleich dann auf beiden Kanälen kommt aber das Teil war ja komm wir haben jetzt 25% na jetzt spricht's wieder bleib doch ein bisschen aber das Teil darauf warten wir schon seit drei Jahren dass es veröffentlicht wird jetzt müssen wir mal gucken da hat er 25% gewesen geh du mal rein stehst du hier schon die ganze Zeit ich hab mich drin versteckt ja du bist dran ja liegt auf dem Boden guck mal das ist doch 25% und 24% wieso geht das jetzt weg bei der Tafel weil es noch 27% ist der BUM Simulator und ich wollte Kali Tür zu danke wir haben es geschafft und ich wollte den Priester Simulator machen das ist fast so ähnlich wie BUM Simulator aber da musst du halt einen Exorzismus durchführen dann kannst du dich besaufen als Priester das wollte ich machen sag mal wenn sie fertig ist ja wie nein also ja ich sag's dir Bescheid jetzt läuft es wieder hi Thomas und sie ist inaktiv guten Tag hallo schön fertig mit dem Kruzifix wie gesagt das bekomme ich nicht hin die Tür zugemacht die Trollarina ja ich glaube die möchte ungestört sein dann haben wir alles eingegeben ja ne ja gut dann loch ich ein das Teil äh was hab ich alles eingegeben Alter wir haben Geisterfotos ja immer mit dem Todesopfer wieder mal Welcome back I've prepared some drops for you ja schön bitte komm gute Lieben 50 Minuten ja ich mach auf 45 Minuten wow 51 Minuten so 51 ah 51 Minuten da war ne gute Lieben aber ich würde sagen das war die letzte Runde für heute oder möchte noch jemand ne Runde haben nein was war das was war das das ganz ganz leise im Hintergrund gut ihr Lieben und dann den Hintern zum Himmel kommt lass uns leichter sein wartet mal ich hau euch mal kurz das rein dann mach ich mal den Ton hier aus und geb euch mal ne Runde Musik wieder wir haben ja gesagt dass wir heute den Dienstagleistung haben also kürzer machen ich würde gerne nochmal gucken nach dem Bumm Simulator ob der Priester Simulator dann auch dabei ist das weiß ich nicht das kann ich doch nicht genau sagen aber der Bumm Simulator ist auf jeden Fall der Bumm Simulator Kalli auf jeden Fall weißt du wo was der Bumm Simulator ist das wolltest du früher mal machen vor paar Jahren wo der angekündigt wurde der ist auch ganz unten in der Favoliste die ich gerade vorbeigescrollt okay ich habe jetzt Haufen weiße Favoriten Wunsch Spiele da Priester Simulator gut Priester Simulator ist noch nicht draußen soll aber demnächst rauskommen ja Kalli ja der Bumm Simulator ist draußen ja das erinnert mich so ein bisschen an Future Freak ne ja man ja warte ich schicke dir mal den Namen hoffentlich habe ich hier schon ja sehr schön und ich glaube das wäre was für die Kalli ich will Priester sein ich will Dämon austreiben Inter vielen Dank für Wirds